Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Wir diskutieren die Geisterschau-Ansätze von WWE und AEW, wie das WrestleMania beeinflussen könnte und welche Auswirkungen WWEs Taping-Marathon mit sich bringt. Das und mehr hört ihr jetzt bei Hauptkampf. Ihr habt alles richtig gemacht und habt eingeschaltet bei Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk von Spotfight noch am Mittwoch, ab der Woche nach WrestleMania, dann immer sonntags. Das könnt ihr euch alle in den Kalender schreiben. WWE bewirbt WrestleMania mit dem Slogan Too big for one night. Wir haben auch eine große Ausgabe, schaffen das aber geschmeidig in etwas weniger als zwei Tagen. Wir beschäftigen uns mit dem aktuellen Geschehen in der Wrestling-Welt und das ist natürlich weiterhin geprägt von der sich ausbreitenden Corona-Pandemie. Wir sprechen darüber, wie WWE damit umgeht, wie AEW damit umgeht, welche Chancen das vielleicht auch für WrestleMania bietet und wie sinnvoll es ist, dass WWE gerade einen Taping-Marathon veranstaltet. Die Maniacard ist ja auch betroffen von all dem. Vieles wird da auf den Kopf gestellt. Das und mehr wollen wir besprechen und das Wort wir, das verrät euch, dass ich nicht allein bin. Die Nachfrage war groß, deswegen stand er jetzt auch seit längerem ganz oben bei mir auf der Liste. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Drei Buchstaben. JME in dieser Reihenfolge. Jens, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist mir erneut eine Ehre, wieder eingeladen worden zu sein. Bist du mittlerweile ins Homeoffice gewechselt? Ich habe bei dir jetzt die letzten Tage so ein bisschen mitgekriegt, du bist ja noch beschäftigt, aber gehst tatsächlich noch oder bist einer der Menschen, die noch zur Arbeit fahren müssen. Ja, also bei uns ist es so, wir könnten, also die meisten könnten Homeoffice machen, nicht. Ich könnte auch Homeoffice machen. Ich war einer der Ersten, die die technische Voraussetzungen installiert haben. Ich habe sogar dabei geholfen, das technisch zu realisieren. Bin aber jetzt einer der wenigen, die immer noch dort antanzen, weil die Vorgesetzten der Meinung sind, dass irgendjemand in jeder Abteilung ja da sein muss. Und auf Nachfrage hieß es dann, naja, man kann ja mit dem Homeoffice rotieren. Woraufhin sie von mir böse Blicke geerntet haben, weil das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also die Idee ist ja so bescheuert, also dass es schon fast schreit. Aber mittlerweile sind wir so wenig auf Arbeit. Gut, da mag es noch gehen und wir halten alle fleißig Abstand. Mal gucken. Gut möglich, dass dann nächste Woche dann für mich Homeoffice angesagt ist. Und dann auch für einen längeren Zeitraum einfach mal gucken, wie es sich entwickelt. Immerhin noch soziale Kontakte in deinem Leben. Genau so sieht es aus. Wenn man alleine wohnt, ist das nicht so einfach. Ich habe ja lange in einer WG gewohnt. Mittlerweile wohne ich allein in einer großen Wohnung. Eigentlich wollte ich umziehen jetzt zu diesem Zeitpunkt Ende März. Das ist alles irgendwie ziemlich in den Baum gegangen. Liebe Grüße an Olaf Bleich von Headlock, der gerade am umziehen ist. Das ist im Moment wirklich eine richtige Kacksituation dann. Ja, also bei mir hat sich das jetzt ein bisschen raus verschoben. Mal gucken. Vielleicht in den nächsten Monaten mal sehen. Ja, ich würde halt auch nur den ganzen Tag da alleine zu Hause sitzen und mich freuen, dass Internet da ist, weil das mein einziger Kontakt zur Außenwelt wäre. Dementsprechend bin ich jetzt auch nicht so furchtbar traurig. Zumindest jetzt im Moment noch, dass ich noch gehen kann. Es ist ja noch, wenn man ein bisschen auf sich aufpasst, noch ein handelbares Risiko, sagt man so. Wir werden im Laufe dieses Podcasts selbstverständlich eure Fragen beantworten. Heute wieder wirklich sehr, sehr viele. Das kann ich schon vorausgreifen. Ihr habt uns ja wirklich überflutet und es sind auch wirklich einige sehr interessante Dinge dabei. Wir werden im Verlauf des Podcasts drauf eingehen, also dranbleiben. Lass uns einsteigen mit der grundlegenden Feststellung. Es sind jetzt zweifelsohne Umstände, mit denen keiner bisher irgendwie konfrontiert war. Wenn wir auf den Wrestling-Mainstream schauen, betrifft das konkret AEW und WWE. AEW veranstaltet seit Oktober letzten Jahres TV-Shows. WWE seit über 25 Jahren. Ich habe letzte Woche bei Hauptkampf mit Alex Flöter darüber spekuliert, inwiefern diese jahrelange Erfahrung von WWE ein Vor- oder auch ein Nachteil sein kann. Und ich finde, was sich gezeigt hat, bei WWE nimmt man die Situation mit einer gewissen Sturköpfigkeit hin. Also man hat da zunächst wirklich erstmal so Wrestling-Shows produziert, wie man eben glaubt, dass Wrestling-Shows produziert werden müssen. Hast du das auch so empfunden? Ja, also im WWE ist dann halt auch Vince McMahon und Stur trifft es dann, glaub ich, schon gut. Also man hat gewisse Vorgaben oder was heißt gewisse Strukturen, die sich entwickelt haben, die sicherlich auch viele Vorteile haben. Und die hält man einfach ein und zieht das durch. Fällt den Leuten dann halt ein bisschen so out of the box denken, fehlt denen dann halt schwer. Und das merkt man halt in so einer Situation, weil eigentlich kann man das nicht einfach so weiter durchziehen wie bisher, weil es fällt halt ein elementarer Teil solcher Shows. WWE hatte vor zwei Wochen mit SmackDown eine Situation, in der man schnell entscheiden musste. Da zog man dann ins leere Performance Center. Triple H und Michael Cole waren da die Kommentatoren. Diese erste Ausgabe war, fand ich, noch erträglich und da greift bei mir auch noch das Argument von wegen, ja, man musste da sich schnell irgendwie mit der Situation zurechtfinden. Und das war okay. Also diese Show bestand damals bei SmackDown vor zwei Wochen aus Wrestling, Talk-Segmenten und einer Matchwiederholung eines Pay-Per-Views. Bei Raw vor einer Woche sahen wir dann zum Beispiel den gesamten Männer-Rumble aus diesem Jahr und nur ein Live-Wrestling-Match und das ging da sieben Minuten vor einer Woche. Insofern, da gab es auf jeden Fall Entwicklungen, was die Showstruktur anging. Am vergangenen Mittwoch waren dann viele gespannt, was bei AEW mit Dynamite auf die Beine gestellt werden könnte. Diese Show bekam dann letztlich viel positives Feedback, ohne jetzt zu sehr auf die konkreten Inhalte von Dynamite einzugehen, mehr auf die Struktur und die Aufmachung bedacht. Wie ordnest du den Ansatz ein, den AEW für seine Umsetzung des TV-Produkts gewählt hat? Genau da war dieses Out-of-the-Box-Denken da. Also schon die Eröffnungs-Promo hat man, schon da hat man im Grunde gemerkt, dass da das Bewusstsein da war, dass man nicht einfach so eine Show durchziehen kann, wie man es bisher gemacht hat. Die Eröffnungs-Promo war wirklich toll. Man hat einfach so ein bisschen die Realität einfließen lassen, das, was gerade in der Welt passiert. Und dabei eben halt die Story auch mit eingebunden. Großartige Promo oder großartige Ansprache von Cody. Und hat eben halt dann auch vermittelt, dass das, was man jetzt zeigt, was wirklich Außergewöhnliches ist, mit einem anderen Feeling, mit einem anderen, kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf, mit einem anderen Kamerasetting. Man hat sich vorher darüber Gedanken gemacht, wie das Ganze wirkt. Ist auf die Idee gekommen, die Wrestler dort in den Ring oder am Ring zu platzieren, um erstens so ein bisschen, also Stimmung kann man ja nicht sagen, aber so ein bisschen anderes Feeling reinzubekommen. Lebhafter irgendwie das Ganze zu gestalten. Genau. Und hatte dann wirklich gute Ideen. MGF, der mit Sean Spears im Grunde auf die Matches gewettet hat, die Heals und Faces, die Kappeleien, die es dann immer ein bisschen gab. Und das hat einfach ein bisschen Abwechslung in die Matches reingebracht. Sicherlich war da auch nicht alles perfekt. Also auch da waren noch die Lucha Brothers, die dann beim Entrance aufs Seil steigen und ins Publikum zeigen. Macht nicht wahnsinnig sowas, um ehrlich zu sein. Aber gut, ich denke mal bei WWE, wie bei AEW hat man gesagt, zieht euren Stiefel durch und macht alles genauso, wie ihr es bisher gemacht habt. Das hätte ich doch ein bisschen kritisiert, aber ansonsten, es hatte einfach ein anderes Feeling. Es fühlte sich generell anders an, als das, wie WWE das bisher umgesetzt hat. Dann war bei SmackDown letzte Woche die Frage, wird WWE sich von diesen Ansätzen denn irgendwas abschauen? Die Antwort war nein. Dort hat man das genauso durchgezogen. Jetzt dann in der aktuellen RAW-Ausgabe sahen wir eine Anpassung. Du hast es schon angesprochen. Die Hardcam, die wurde neu positioniert. Und zwar wurde sie so positioniert wie bei AEW Dynamite. Und zwar hat sie dann frontal auf den Entrance-Bereich geschossen, sodass man nicht die leeren Publikums reingesehen hat, sondern dieses Bühnensetting, das LED-Board. In meinen Augen eine absolute Qualitätssteigerung. WWE adaptiert etwas von einer fremden Liga. Meine Gesichtszüge ähnelten denen, die ich gemacht habe, als die Streak des Takers beendet wurde. Meine Frage an dich, warum erst bei RAW und nicht schon bei SmackDown? Und die Frage von Hörer Christian, die würde ich an dieser Stelle einfach mal ganz gerne noch mit reinwerfen. Was glaubt ihr, warum Vince McMahon sich keine positiven Aspekte von AEW bezüglich der Shows ohne Publikum für sich nutzt? Falscher Stolz? Fragezeichen. Ja, Stolz ist immer so eine Sache. Ich glaube einfach, er ist, er glaubt, wie auch wahrscheinlich Kevin Dunn, dass es einfach niemand besser macht. Es heißt ja auch, Vince McMahon glaubt auch, dass die Shows ganz großartige Unterhaltung sind. Good shit, sag ich da nur. Ich glaube, der ist sich dem nicht so bewusst. Er glaubt, dass, so wie man das umgesetzt hat, ist das gut und ist das richtig und die beste Möglichkeit, das umzusetzen. Und da hat man in den ersten Ausgaben ohne Wrestler auch nicht dran gedacht, an diesem Konzept irgendwas zu rütteln. Und es ist ja grundsätzlich richtig, dass ROH die Shows schon immer so filmt oder lange schon so filmt mit der Hard-Camera-Ring of Honor, genau, des Endrends-Bereiches. Aber ist ja eine andere Situation. Jetzt könnte man sagen, Ring of Honor hat letztes Jahr auch nicht unbedingt viele Zuschauer, die musste das kaschieren. Kann man machen, aber ich meine, AEW hat es ja wirklich gezielt dann so gemacht jetzt in dem Moment, um diese leeren Ränge zu überdecken. Und da hat man dann bei AEW wahrscheinlich, bei WWE dann gesehen, das ist eine gute Idee. Und vermutlich ist da mal jemand herangetreten. Und es gibt Schäden, Zeichen und Wunder. Offensichtlich hat Vince McMahon, oder vielleicht war er auch nicht da, könnte ich mir auch vorstellen. Na, wobei jetzt die Woche ist nicht ganz unwichtig. Ich glaube, jetzt wird er wahrscheinlich noch mal vor Ort sein. Vermute ich auch fast. Aber dann hat er wirklich dann wahrscheinlich mal eingelenkt. Und ich weiß nicht, ob man ihm gesagt hat, bei AEW hat man das so gemacht. Ich könnte mir eher vorstellen, er hat gesagt, ich hätte da jemand, ich hätte da eine Idee, wie man es machen könnte. Mit Verzögerung. Also wie gesagt, wir hatten SmackDown am Freitag, da hat man ja noch nichts gemacht. Jetzt bei ROH, übers Wochenende, ist dann der Groschen gefallen, dass das doch eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Letzte Woche, also bei SmackDown soll Vince auch nicht vor Ort gewesen sein. Ah. Das wäre vielleicht, dass man da vielleicht nicht so eine weitreichende Erinnerung bringt, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Aber jetzt hat er dann doch mal eingelenkt. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ihm bewusst ist, dass man da AEW nacheifert. Ich vermute mal nicht. Aber auch wenn es abgeschaut sein sollte. Ist ja nicht schlimm. Richtig, sich gute Dinge abschauen, ist nie falsch. Im Gegenteil. Auf schlechteren Dingen beharren, nur weil jemand anderes es besser gemacht hat, ist falsch. Genau. Also ich bin auch der Meinung, das hilft halt so allen. Und ich mache WWE keinen Vorwurf, wenn sie etwas Funktionierendes von AEW übernehmen und umgekehrt dann auch nicht. Deswegen gut, dass diese Hardcane-Position adaptiert wurde und das hat dieser Show wirklich enorm geholfen. Weil was aufgefallen ist, WWE hat in den Shows davor diese leere, diese leeren Stuhl rein, wirklich geshowcased. Und das bringt mich jetzt zu einem weiteren wichtigen Punkt. WrestleMania 36 findet am 4. und 5. April statt. Deine Gedanken dazu können wir auch gleich noch aufgreifen. Aber Mania findet statt, zweitägig nicht live. Als ein Event, bei dem WWE mehr oder minder kommuniziert. Wir holen euch aus diesem deprimierenden Alltag heraus und lenken euch ab. Wir zeigen euch Entertainment. Und wir tun so, als wäre nichts gewesen, als passiert gerade nichts. Wir erwähnen auch gar nicht, warum die Dinge sind, wie sie sind. Wir acknowledgen auch nicht am Mikrofon, was die Umstände sind. Das ist so der Punkt, an dem mich diese Argumentation ein bisschen verliert. Indem man nämlich auch diese Leere so in den Mittelpunkt stellt. Und so tut, als wäre nichts. Weist man, wie ich finde, maximal darauf hin, dass die Dinge eben nicht normal sind. Und indem man auch einfach weitermacht, wie bisher. Und das bezieht sich jetzt mehr auf den Kommentar, auf Promos zum Beispiel. Indem man da sowas einfließen lässt, finde ich, dass da irgendwie maximal auffällt, wie deprimierend eigentlich die aktuelle Situation ist. Und das ist so mein Problem. Weil bei AEW hat man sich, glaube ich, in der Produktion dazu entschieden, das mit der Hauptkamera beispielsweise, aber schon auch diese ganze Situation irgendwie mit einfließen zu lassen. Und gerade diese Anfangspromo hat das ja auch nochmal unter Beweis gestellt. Man blendet das nicht komplett aus. Jetzt ist natürlich die Frage, WrestleMania ist ein Event, bei dem wir hauptsächlich eigentlich Wrestling sehen werden. WWE hat jetzt den Weg gewählt, seine Wochenshows mit relativ wenig Wrestling zu füllen im Vergleich zu sonst. Kann das für WrestleMania mit diesem Umstand, weil WrestleMania ist eine Wrestling-Show, sollte es eigentlich sein, kann das dazu führen, dass diese Show komplett den Bach runtergeht? Oder wird WWE den Ansatz wählen und wird WrestleMania nicht zu einer Wrestling-Show machen? Sagen wir mal so, ich glaube, WWE wird hier gar nichts großartig übrig bleiben. Man hat wohl 16 Matches geplant, acht für jeden Tag. Und mit was will man die ... Also man kann es auflockern und man wird es auflockern durch vielleicht dieses, wie hat man es genannt, Boneyard-Match zwischen ... Knochenhof-Match. Ja, Mann. Genau. Weil Graveyard ja im Moment komisch wirkt. Aber ja, Bohnen ist okay. Naja, egal. Man wird es durch andere Locations ein bisschen auflockern können. Vielleicht wird es dann vielleicht mal das eine oder andere Match gehen, was eher dann gegen ... Richtung Final Deletion geht. John Cena gegen Wint vielleicht. Oder so. Ja, ja, genau. Also genau, ja, das würde sich anbieten. Aber ansonsten muss man halt das Wrestling in den Mittelpunkt stellen. Und da sehe ich eben halt ein Problem. Wir haben dann letzte Woche bei uns im Podcast schon drüber gesprochen, wie das wirken wird. WrestleMania ist eigentlich nicht Wrestling, oder? Also ich weiß nicht, wie du das siehst. WrestleMania hat seine Stärken in der großen Inszenierung, in den großen Entrances, die großen Momente, das Feuerwerk. Das sind die Stärken. Die fallen weg. Danach kommt das Wrestling. Das fällt weg. Und jetzt hast du halt eine Wrestling-Show oder eine Show, wo der Schwerpunkt auf Wrestling liegt. Und jetzt hast du halt viele Probleme. Und zwar zum Beispiel die Tatsache, dass ob ein Wrestler over ist oder nicht over ist, ist jetzt eigentlich noch wichtiger. Das heißt, für die Zuschauer zu Hause, für die sind halt diese Zuschauerreaktionen auch ein Teil des Feelings. Und wie gut ein Match wirklich ist. Wenn die Fans in der Halle mitgehen, gehen die Zuschauer vor dem Bildschirm auch mit. Und das kann zum Knackpunkt werden. Wenn du ein Match siehst, ohne Heat, und wo du dir denkst, keine Ahnung, Bobby Lashley gegen Alistair Black, und wo du dir fragst, warum sollte mich das jetzt interessieren? Elias gegen Baron Corbin. Jetzt nimmst du mir gerade den Punkt. Also ich wollte jetzt gerade eigentlich sagen, wenn die beiden jetzt noch so ein gutes Match auf die Beine stellen, wenn die es eigentlich gar nicht so wirklich interessiert, wer gewinnt, dann nimmt das sehr viel weg. Dann ist das eine Show, oder dann ist das ein Match, das du skippen kannst. Bei Baron Corbin gegen Elias, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, glaubt irgendjemand daran, dass das Match gut wird. Also dann lieber singen und, aber na gut, ja, dann Elias singen und Baron Corbin kriegt dann die Katar über den Kopf. Ich glaube, da läuft man, fährt man besser damit. Es gibt im Moment so ein paar Sachen, bei denen ich mir denke, warum genau muss es das auf eine WrestleMania-Card schaffen? Alistair Black gegen Bobby Lashley ist jetzt die eine Sache, da kann man vielleicht argumentieren, okay, du willst Bobby Lashley als Aufbaugegner für einen Alistair Black, der dann das Showcase bekommen soll, irgendwie auf die Kart stellen, okay. Aber so Matches wie Elias gegen gegen, ähm, Baron Corbin, öff. Also, ne, das ist so, das ist so die Sache, da weiß ich halt nicht, also du hast einmal das Problem, WrestleMania verliert aufgrund der Umstände seinen, seinen Charme und dann bringst du ohne Not solche Matches auf die Kart, die eigentlich noch unterstreichen, ja, es ist eigentlich nur eine zweitägige Raw-Ausgabe, wenn man es jetzt böse formulieren möchte. Ja. Na, ich glaub, es ist noch nicht mehr so viel anders eigentlich als sonst bei WrestleMania. Das Problem ist, all die Schwächen der Road to WrestleMania und von WrestleMania an Sicht der letzten Jahre, äh, fallen dir jetzt kolossal vor die Füße. Und zwar der Punkt, dass es eben halt nicht irgendwie eine Show ist, auf die seit vielen, vielen Monaten hingearbeitet wird, die ein Höhepunkt von Storylines ist, sondern es ist eine Show, wo, äh, Teilzeit-Worker und Legenden zurückkommen, wo viele Zuschauer vor Ort sind, Bombastisch, Feuerberg, äh, wo alles das mit reinspielt, aber wo man jetzt nicht sagen kann, da hat man jetzt schon ein Jahr drauf hingearbeitet. Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Das einzige Match, was letztes Jahr sich angedeutet hat schon, war, ähm, Becky Lynch gegen Shayna Baszler. Und dann kannst du sagen, seit, ähm, seit den Rumble, ähm, Orton gegen Edge und McIntyre gegen Brock Lesnar, wobei das letztgenannte Match ja jetzt auch weit entfernt ist von innovativ. Ähm, aber da ist der Aufbau, finde ich trotzdem, sowas ist dann noch in Ordnung. Ist in Ordnung. In Ordnung ist es absolut, aber es ist jetzt nicht irgendwie so die super-duper-Storyline, ähm, auf die jetzt super hingefiebert wird. Also, ist jetzt nicht Gargano gegen Tommaso Ciampa vor zwei Jahren. Also, das ist halt auch ein Punkt, den ich ja auch aufgreifen würde, dass es jetzt eben auch so ist, dass dir jetzt gerade auffällt, so richtig Mania-Programme. Das, also, man muss wirklich sagen, Baszler gegen, gegen, ähm, gegen Becky, das ist so, na gut, mit Abstrichen, aber ja, das ist ein Mania-Programm und Edge gegen Orton, das ist definitiv ein Mania-Programm und da merkst du es auch, aber alle anderen Matches, ja, da, wie gesagt, da merkt man es jetzt. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Genau, das ist das Problem. Na gut, kannst du noch Goldberg und so bringen, ja, ist alles gut und schön. Goldberg gegen Roman Reigns ist leider, die Namen ja, aber alles, was dann jetzt davor vorgefallen ist, ist eine, wie ich finde, nicht so tolle Idee. Weil das, weil es ja auch wirklich, also, es fehlt diese Road to WrestleMania, also, also gerade Goldberg gegen Roman Reigns und John Cena gegen The Fiend bestand daraus, äh, du, ich, aufs Zeichen, WrestleMania-Zeichen zeigen, ja, geht klar, das war's. Das ist doch keine Storyline. Also, da gibt's ja bei New Japan mehr, mehr, mehr Storys als das hier, also wesentlich mehr Storys. Das soll jetzt nicht so klingen, als wenn es bei New Japan keine Storys geht. Das ist ein anderes Komplexer. Ähm, aber das ist ja gar nichts, wenn man es jetzt mal ganz ehrlich nimmt. Wenn ich nicht vorher schon Fan von irgendeinen von den beiden bin, gibt's keinen Grund, warum ich da jetzt irgendwie auf eine Story mitfiebern soll oder hinfiebern soll, weil es keine gibt. Es bleibt also nur noch das Match an sich. Und da muss es mich dann interessieren, wer gewinnt oder wer nicht gewinnt. Wenn das wegfällt, weil mir ein Charakter egal ist oder weiß ich was nicht warum, na dann ist das, ist das ein Wegwerf-Match quasi. So fühlt sich WrestleMania halt ein bisschen an. Das ist unfair, weil man, es trifft halt WWE jetzt auch viel härter als AEW im Moment, weil man halt in der, eigentlich in der wichtigsten Phase des Jahres ist. Absolut. Aber es fühlt sich, es fühlt sich falsch an. Also wenn WrestleMania nicht mehr die große bombastische Show ist, was ist dann WrestleMania oder so wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, dann dieses Jahr wirklich noch. Jetzt machen wir mal an dem Punkt weiter, bevor wir jetzt gleich über WrestleMania reden, vielleicht eine Sache, die jetzt am Dienstag noch bekannt geworden ist. Mania findet ja statt, NXT Takeover nicht. Bei NXT Takeover wird es so sein, dass die Matches, die stattfinden sollten ursprünglich, die werden jetzt in den Weeklys ausgetragen. Was aber auch einfach den Hintergrund hat, wenn ich beispielsweise an Matches wie Walter gegen Finn Balor denke. Wie soll Walter gerade nach dort kommen? Oder die Browser Waits, wie soll Pete dann gerade in die Starten kommen? Also das sind so Sachen, da kann ich schon nachvollziehen, warum man da jetzt gesagt hat, Takeover findet nicht statt. Die Tatsache, dass man jetzt die Matches einfach in den Wochenschows mit rausballert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir hat sich so ein bisschen das Gefühl eingeschlichen, das ist so ein bisschen dieses B-Plus-Treatment. Also Takeover wird einfach ausfallen gelassen und wir ballern es in den Wochenschows raus. Jetzt sagen natürlich einige, ja, was soll man denn auch machen? Ich würde darauf antworten, ja, warum bekommt Takeover dann nicht trotzdem ein eigenes Empty Arena Event? Und die Paarung, die du aufgebaut hast, gibst du quasi in der, in der Wochenschow weg, das ist vielleicht einfach noch eine Einordnung von dir, währt Takeover fällt aus, WrestleMania nicht? Schwer zu sagen, ist halt alles Spekulation. Also grundsätzlich, man könnte so ein Event bringen, Empty Arena Event, würde Sinn machen, aber vielleicht kann man es auch aus Business-Technisch sehen, ist es notwendig, bringt es irgendwie mehr Network-Abonnenten? Weiß ich nicht, ob das bei Mania dann noch zusätzlich zieht. Eine Theorie wäre, und das ist jetzt nur hoch spekulativ, du hast was, was du AEW am Mittwoch entgegensetzen kannst. Weil du Paarung hast, denen halt wirklich eine Geschichte zugrunde liegt, die an so einem Mania-Wochenende hätte auserzählt werden können, das stimmt. Richtig. Ansonsten, NXT hat es vielleicht ein bisschen leichter gehabt mit den Matches, weil die Fanbase da eher ein bisschen drauf hinfiebert. Eine richtige Begründung habe ich dafür auch nicht. Terminprobleme können es nicht sein, wenn alles aufgezeichnet wird. Ich habe auch nichts gehört oder gelesen, warum das jetzt so ist, nur dass es so sein soll. Naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Zumal die Matches ja, wenn man die aufzeichnen müsste, müsste man die eigentlich auch jetzt aufzeichnen. Ab 1. April sollen die ausgestrahlt werden. Es klang aber so, als würden jetzt noch nicht alle auf einmal ausgestrahlt werden. Und NXT wird getaped in der Full Sale für diese und für nächste Woche. Das heißt, wahrscheinlich so ein oder zwei Takeover-Matches wird man jetzt wohl mit aufzeichnen. Für die NXT-Ausgabe dann ab dem 8. April müsste man aber noch mal neue Tapings dann ansetzen. Ja, also die Idee jetzt dahinter, auch da werden wir wahrscheinlich noch mal zu sprechen drüber, ist ja eher, dass du jetzt alles erstmal im Kasten hast, weil niemand weiß, wie es sich in den nächsten zwei Wochen entwickelt. Das kann dir wirklich noch Züge annehmen, wo du nicht mehr, auch nicht mehr im Full Sale oder Performance Center MTM Arena Matches aufzeichnen kannst. Das kann ja alles noch kommen. Und jetzt hätte WWE erstmal alles im Kasten und was dann im April wird. Also ich sehe noch nicht kommen, dass das dann einfach so weitergeht wie jetzt im Moment. Kann genauso gut sein, dass du dann nur Wiederholung bringen kannst. Also ich bin fast der Meinung, wenn, müsste man es jetzt irgendwie aufzeichnen. Bevor wir den Punkt aufgreifen, würde ich noch gerne jetzt über WrestleMania sprechen. Das Event findet, wie gesagt, statt. Und was man häufig liest, ist die Argumentation, aus Story-Sicht ist eine Verschiebung gar nicht möglich. Das ist, das würde, das funktioniert nicht und deswegen muss man, bevor man die Geschichten irgendwie es nicht schafft, die bis irgendwann wieder warm zu halten, wenn denn veranstaltet wird, muss man das doch jetzt machen. Ja, wir und auch WWE-Offizielle wissen nicht, wann man wieder vor Publikum veranstalten kann. Vielleicht erst nächstes Jahr, vielleicht in drei Monaten, wir wissen es nicht. Aber wäre eine Verschiebung der großen Matches, der Storylines auf die nächste Publikumsgroßveranstaltung mit den jetzigen Paarungen möglich gewesen, deiner Meinung nach? Vielleicht. Also ich sehe es einmal aus Fansicht und einmal aus Business-Sicht. Aus Business-Sicht ist es verstammt schwierig, so eine Show zu verschieben. Erstens, weil wann wirst du wieder in der Lage sein, so eine Halle zu buchen? Wenn, dann musst du es jetzt buchen, steckst da wieder Geld rein, also so eine Absage kostet ja auch durchaus Geld, verkaufst wieder Tickets etc. pp. Und ob das Ding dann im Juni stattfinden kann, was ja die Idee war, dass irgendwie im Juni das über die Bühne geht, das weiß im Moment überhaupt niemand. Das heißt, was man jetzt macht, ist eigentlich nur, ist einfach hinter sich bringen. Das einfach jetzt noch zu bringen. Rein finanziell gibt es, also jetzt hast du nun schon, keine Ahnung, zig Millionen an Tickets, Ticket-Einnahmen im Grunde verspielt, Merchandise-Einnahmen. Ist alles Geschichte, ähm, die Pay-Per-View beißen, das wird, wird das Graut nicht fett machen. Du hast halt das, das, das WWE Network, was jetzt noch einigermaßen am Laufen gehalten werden muss. Wo ich mich jetzt fragen, wo ich mich frage, behalte dein Punkt im Hinterkopf, ähm, das Network, jetzt habe ich, habe ich oft gelesen, ja, es müsste doch jetzt ein riesiger, äh, ein riesiger Zuspruch für das Network kommen, weil alle 80.000, die im Stadion sitzen sollten, 60.000, die werden sich doch jetzt das Network holen. Ich glaube, was man in der Rechnung jetzt nicht vergessen darf, viele Amerikaner werden jetzt finanziell ganz behutsam wählen müssen, was können sie sich leisten und was nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige geben wird, zumal ich jetzt doch mich mal aus dem Fenster lehne und sage, die Wrestling-Fanbase ist jetzt nicht die, äh, aus der High Society, die, äh, da irgendwie das Geld aus den, aus den Ohren rauskommt. Da werden viele in Amerika jetzt sagen, okay, diese 10 Dollar fürs Network sind bei mir jetzt erstmal nicht mehr drin. Und ich kann mir vorstellen, dass man da tatsächlich auf viele Abonnenten möglicherweise verliert. Ist so. Also bin ich der Meinung, dass, dass, ähm, Mania ist das Einzige, was man jetzt irgendwie noch entgegensetzen kann. Und ansonsten hast du jetzt auch nicht wirklich viel neuen Content. Und den Content, den du, den du hast, der ist halt immer so ein bisschen, der wirkt halt falsch irgendwie. Der ist, das heißt nicht, dass es schlecht ist, er wirkt halt falsch, weil es ohne Zuschauer ist. Es fehlt irgendwie ein bisschen was. Und, ähm, man muss sagen, bei 85.000 sind viele in Begleitung und so weiter. Äh, ich würde davon ausgehen, 80 Prozent haben das WWE Network längst. Also, ähm, das werden nicht die Leute sein, die da noch dazukommen. Mania ist natürlich irgendwie eine Hardcore, ähm, Hardcore-Fan- Angelegenheit. Die werden, die meisten haben das Network dort schon, äh, auf die solltest du nicht zählen. Ähm, ähm, also ich glaube nicht, dass, dass ich da in den Sachen Abonnements, äh, viel tun würde, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, da, eher wird es zurückgehen, wie du nämlich schon sagst. Es werden viele ihr Geld jetzt zusammenhalten müssen und WWE wird da nicht ganz oben stehen. Ähm, aber auch da, das ist alles, das ist alles irgendwie geraten im Moment. Also das weiß, glaubt, keiner so richtig, ähm, was dann bei den nächsten Quartalszahlen kommt. Es sind alles nur Vermutungen. Also was die Leute machen und wie, wie mania jetzt angenommen wird, vielleicht wird's auch ein Riesenerfolg für das WWE-Network. Für den nächsten Quartalsbericht können wir uns ja wieder verabreden, wenn du möchtest. Können wir gerne machen, ja. Sehr gut. Das wird sicherlich wieder sehr interessant, ja. Sehr gut. Lass mich den Punkt aufgreifen, vielleicht fällt dir jetzt auch gleich, weil ich dich gerade rausgerissen hab, pardon, aber ich musste den Punkt gerade aussprechen mit dem Network. Mein Punkt vielleicht jetzt gerade noch zu, zu Mania und, äh, ob man's verschieben möchte. Du hast ja jetzt gerade schon diese Business-Sicht angesprochen und es gibt ja auch durchaus noch diese, äh, Fan-Sicht, die kannst du sicherlich gleich auch noch mal ausführen. Vielleicht führe ich die auch gerade aus, ähm, weil in meinem Kopf existiert jetzt gerade so diese, diese, das Gedankenkarussell, diese erste Wrestling-Show, die wieder mit Publikum stattfinden wird. Holy Smokes, werden die Leute heiß darauf sein, Wrestling wieder zu sehen. Also weil die, die sich dafür ein Ticket kaufen, die wollen da auch wirklich alles geben. Die Lebensfreude wird, wenn dieser ganze Kram hier vorbei ist, explodieren. Und der erste Pay-Per-View mit Publikum, lass ihn in einem Stadion stattfinden, lass das ganze WrestleMania als Banner groß überall, äh, lass das überall stehen und, ähm, dann werden die Menschen es feiern. Und dann lächsten sie nach diesem Live-Wrestling Drew McIntyre. Einfach mal als Beispiel, seinen Titel gewinnen gegen Brock Lesnar. Zehntausende würden ausrasten, es wäre einer der denkwürdigsten Titelwechsel, einer der denkwürdigsten Pops, die es in der WWE-Geschichte jemals gab. All das, egal ob das in zwei Monaten oder nächstes Jahr stattfindet, wäre meiner Ansicht nach besser gewesen und es wäre möglich gewesen, diese Momente, finde ich, zu konservieren. Lass die Contender zum Beispiel ihre Spots bis zur Austagung von Mania konstant verteidigen. Tape Raw und SmackDown im Vier-Wochen-Rhythmus, dann kannst du dir detailliert einen Plan zurechtlegen, bist strukturiert, aber noch flexibel genug, um möglicherweise zu justieren. Und dann bringen die großen Momente vor Publikum, kreiere neue Stars vor Publikum, weil ich bin mir sicher, diese WrestleMania jetzt wird keine neuen Stars kreieren. Nein, wird sie nicht. Also grundsätzlich würde ich erst mal sagen, ist so, weil das spielt da aus Fansicht auch rein. Wesentlich besser wäre es, eigentlich wesentlich besser wäre es sogar, das klingt jetzt auch hart, aber alles auf Eis zu legen, Wiederholung auszustrahlen und warten, bis es wieder besser wird. Weil einfach, es fühlt sich einfach nicht richtig an, so wie das jetzt im Moment läuft, gerade auf der Road to WrestleMania. WrestleMania wird sich komisch anfühlen und darauf zu warten, bis man wieder Shows live veranstalten kann, dass gerade Mania vielleicht als erste Show, die dann wirklich wieder auf großer Bühne stattfindet, werden Selbstläufe. Also selbst wenn dann die Storys nicht so groß wären, das wäre, was die Publikumsreaktion angeht. Leute wollen live wrestling. Genau, genau. Und was das Spotlight angeht, wäre es ein absoluter Selbstläufer. Also besser kann es nicht laufen. Das spricht eben halt dann ein bisschen, eben halt dieser Business-Sicht, dass es dann nicht ganz so einfach ist, aber aus Fansicht absolut, hundertprozentig bin ich da ganz bei dir, würde ich sogar unterschreiben, dass man da nichts falsch machen kann und genau so sollte es in einer perfekten Welt auch laufen. Ich musste ein bisschen schmulzen, als du gesagt hast, müsste man jetzt halt vier Wochen vorplanen. Ja gut, jetzt sind wir hier jetzt nicht mehr so schwierig. Jetzt hat man sich an dieses Taping-Konzept so ein bisschen wieder ran getraut. Das stimmt natürlich. Also jetzt ist es dann auch relativ einfach. Die Frage ist halt auch immer ein bisschen, ob das, was du jetzt bringst, ob das wirklich so entscheidend ist, ob die Ratings nicht wahrscheinlich immer alle gleich bleiben würden, wenn du das auch ein bisschen streckst und so weiter und dieses Impact-Lucha-Underground-Konzept jetzt aufnimmst und einfach von Woche zu Woche buckst, in dem Fall, ohne jetzt erstmal für den Moment auf irgendeine große Veranstaltung hinzuarbeiten und wenn es dann abzusehen ist, dass die große Show kommt, dann eben halt dann versuchst du wieder Fahrt aufzunehmen. Also dass du jetzt so eine Übergangsphase im Grunde irgendwie schaffst, ohne dass es wie eine Übergangsphase wird. Eben halt zum Beispiel mit der Möglichkeit, dass die Contender ihren Spot verteidigen etc. Das wäre schon möglich, aber aus irgendeinem Grund ist man halt diesen Weg nicht gegangen. Ich kann mir eben halt nur vorstellen, dass es daran liegt, dass absolut die Planungssicherheit fehlt. Wir sollten halt auch optimistisch sein, ist immer eine super Sache, auch wenn es mir immer ein bisschen schwer fällt, aber wir sollten jetzt auch nicht zu optimistisch sein und wenn du ein Business betreibst, kannst du nicht zu optimistisch sein, zumindest nicht nach außen hin schon. Nach inneren musst du es halt auch ein bisschen konservativ sehen. Gerade beim Aktienunternehmen, ja. Eben. Also August würde ich noch mitgehen, wer weiß, was im August ist, aber im Juni, no way. Ja, hallo, die haben die Olympischen Spiele abgesagt. Ja. In Japan und in Amerika ist das gerade nochmal eine ganz andere Geschichte mit dem Ausbruch. Ja, die hängen da ein paar Wochen zurück. Also Japan, ich weiß nicht, ob sie das Schlimmste überstanden haben, also da gibt es auch ganz interessante Infos, was aber hier wahrscheinlich auch zu weit führt. Wie das so ist bei großen Veranstaltungen, wie viele Leute sich da anstecken können. Schon bei, gab es ein, ich glaube, ein MME-Event gab es, waren 5000 Leute und später hat sich herausgestellt, 100 von diesen 5000, die dort waren, hatten den Corona-Virus. Also was das heißt im Grunde, also nachher, nicht vorher, nachher, wie sich das ausbreiten kann, ist halt so eine Sache. Also du kannst so ein großes Event, du musst das dann wirklich irgendwann in Zukunft legen und da ist absolut ungewiss, ob das stattfinden kann, weil du musst jetzt die Halle buchen, du musst wieder die Tickets absetzen und wenn das nicht stattfindet, dann nimmst du die Tickets wieder zurück. Die Zuschauer müssten wieder ihre Flüge buchen und wenn nicht, dann geht das wieder zurück. Das ist ja, das ist ja eine weltweite Veranstaltung. Die Leute kommen aus der ganzen Welt dorthin. Da ist das mit dem Verschieben, eine Raw-Ausgabe könnte man verschieben, ein B-Per-View, auch Mania, ich verstehe schon irgendwie, dass es nicht ganz so einfach zumindest ist. Und da muss man vielleicht an dieser Stelle auch für WWE so die Lanze brechen. Das ist ja trotzdem, der Approach, den sie haben, ist halt schon, finde ich, aller Ehren wert, dass man dann jetzt trotzdem sagt, okay, wir ziehen durch und wir, alles, was wir hier sagen, sagt sich halt viel leichter, als es in der Umsetzung ist. Also das muss man halt definitiv jetzt zur Einordnung noch erwähnen. Alles, was wir hier, wir sitzen hier vor unserem PC irgendwo in Deutschland, wo ja doch irgendwie alles so halbwegs unter Kontrolle scheint. In Amerika ist halt wirklich die Sache noch viel weniger vorherzusehen. Und da muss man WWE, finde ich, dann auch trotzdem wieder ein Stück weit in Schutz nehmen, weil einige werden jetzt natürlich in die komplette Schussrichtung gehen und werden sagen, so, WWE hier, wie könnt ihr nur? Und werden da richtig drauf einkloppen. Das ist, finde ich, auch komplett der falsche Weg. Aber man sollte diese Entscheidung differenziert einordnen. Es gibt diesen Business-Standpoint, den wir jetzt angesprochen haben. Und es gibt eben diesen Fan-Standpunkt, wie es in der idealistischen Welt aussehen könnte. Aber ich glaube, von Idealzustand sind wir halt im Moment weit weg. Dem ist leider so, ja. Also Vorwürfe kann man hier wirklich im Moment keine machen. Also davon sollte man auch sehen. Es gibt immer zwei Sichtweiten, die man drehen kann. Man kann sagen, toll, was WWE macht. Man kann sagen, so ein Mist, was WWE macht, kann man immer drehen und wenden, wie es will. Aber das ist, glaube ich, auch im Moment alles ein bisschen mühselig, weil es gibt da nicht die Meinung und es gibt nicht die Richtung. Und es spielt eigentlich auch im Moment bei so vielen Sachen, die jetzt eben halt auf der Welt gerade oder was auf die Welt gerade einbrasselt und wo wir ja alle zusammen drin stecken, ob wir das wollen oder nicht. Jedes Land gibt es da gerade auch Wichtigeres, als ob WWE, welchen Gedankengang dahinter WWE wirklich steckt. Das kann man aus beiden Richtungen sehen. Und vielleicht sollte man es einfach mal aus der positiven Sicht dann auch sehen. Genau, machen wir das Beste draus. Eine andere Sache, WWE hat ein Deal mit ESPN abgeschlossen und zwar werden da jetzt in den nächsten Tagen alte WrestleManias gezeigt. Da hat man jetzt zuletzt Wrestlemania 30 ausgestrahlt. Das haben 800.000 Leute verfolgt bei ESPN, dem TV-Sender. 0,31 in der Hauptdemografie als Rating. Durchaus ein Erfolg. Das war die höchste Zahl für eine Sendung bei ESPN an diesem Tag. Und Dave Metzer hat jetzt letztens noch darüber gesprochen. Es gab Gespräche zwischen WWE und ESPN, die aktuelle Mania auf ESPN Plus auszustrahlen. McMahon, Vince McMahon soll jedoch so exorbitante Zahlen im Sinn gehabt haben für einen Verkauf von Wrestlemania, sodass ESPN gesagt hat, da können wir unter keinen Umständen mitgehen. Will ESPN jetzt in diesem Jahr nicht so viel für eine Show in der leeren Turnhalle zahlen? Oder ist das Mania-Franchise vielleicht in diesem Jahr auch wirklich einfach wertlos? Na, wertlos ist es nicht. Also Wert hat es sicherlich schon, aber es hat nicht so viel Wert wie in anderen Jahren. Also sei es eben der Krise an sich, wie wir es schon angesprochen haben, dass die Amerikaner auch ein bisschen für Geld achten. Dass es einfach nicht die gleiche Mania sein wird jetzt im Moment. Wenn, für ESPN wäre es dann wahrscheinlich wertvoller gewesen, wenn man wirklich die Show verschoben hätte, denke ich mal. Aber es ist halt das Geld auch an sich. Ich glaube, auch bei ESPN muss man sehen, wenn es heißt, der wollte mehr haben als das, was die UFC bekommt. Ich weiß ja nicht, was man denen genau anbieten wollte. Oder ob man das irgendwie runtergerechnet hat auf die Anzahl der Shows, die UFC auf ESPN verständigt. Aber wenn man wirklich, wenn man jetzt vom Gesamt angeht, also was UFC bekommt von ESPN für alle Shows, die man dort veranstaltet. Also im Grunde hat man ja alle Übertragungsrechte einfach an ESPN abgegeben und die verbreiten jetzt die Pay-Per-Views als exklusiv. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Also das ist WrestleMania am Ende des Tages einfach nicht wert. Das muss man einfach mal so sagen. Das sieht man nämlich an der WWE Network, dass es das nicht wert ist. Es sei denn, du könntest sagen, bei ESPN läuft es so, du bezahlst 5 Dollar, dann hast du diesen Streaming-Service, da hast du aber nicht die Pay-Per-Views mit dabei, sondern du bezahlst dann nochmal 60 Dollar für die Pay-Per-Views. Ich bezweifle, dass eine Million Leute sich ESPN für 5 Dollar holen oder zusätzlich und dann für 60 Euro diesen Pay-Per-View noch kaufen. Und selbst dann hättest du wahrscheinlich noch nicht mal die Summen über das Jahr eingerechnet da drin, die da WWE aufruft. Also ich weiß nicht, ob dann Vince McMahon dann doch glaubt, dass dieses Business irgendwie, dieses Streaming-Business auf unbegrenzten Geldreserven sitzt. Also ich kann es mir fast irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich so gemeint sein soll. Also zumal es eben bei allen Respekt, Royal Rumble, Summerslam, was dann noch von den anderen Pay-Per-Views kommt, haben einfach nicht im Ansatz das Standing von WrestleMania. Und wie viele Leute jetzt wirklich schon ESPN Plus haben, die auch WrestleMania kaufen wird, weiß ja auch kein Mensch. Also das war schon ein bisschen ambitioniert, glaube ich, was es da von, was der gute Vince da gefordert hat. Jetzt hat sich WWE dazu entschieden, seine Chance, auch WrestleMania, aufzuzeichnen. Damit will man jetzt offensichtlich auch umgehen, dass natürlich die Produktion dann irgendwie nicht mehr irgendwann möglich ist und das Event ganz ins Wasser fallen muss. US-Präsident Trump hat ja auf einer PK am Montagabend im Weißen Haus nochmal klargemacht, sowas wie Flughafenschließung wird es nicht geben. Also es ist auch relativ gesichert, dass dann jetzt in dieser Woche, wenn ihr Hauptkampf jetzt am Mittwoch hört, heute alle gut nach Orlando kommen, wo ja der Großteil, nicht alles, aber der Großteil von WrestleMania Tag 1 aufgezeichnet wird. Morgen am Donnerstag folgt dann das Taping für Tag 2. Ein Vorteil dieser Tapings, weil auch Raw und SmackDown werden bis dahin aufgezeichnet, es wird auch die Raw After Mania schon aufgezeichnet, die ist, wenn ihr das hier hört, schon im Kasten. Ein großer Vorteil, den haben wir jetzt schon angesprochen, Vince McMahon wird es nicht schaffen, in diesen zwei, drei Wochen jetzt nochmal irgendwie was umzuwerfen. Also was im Kasten ist, das ist im Kasten. Das ist ja generell ein Vorteil von aufgezeichneten Shows. Siehst du weitere Vorteile, die sich für WWE durch diese Tapings ergeben oder siehst du vielleicht auch mehr Nachteile? Ja, Nachteile kommt halt ein bisschen darauf an, ob die Spoiler dann rauskommen. Sind begrenzte Leute da, so heißen sie. Die Auswahl der Leute, die das weitergeben könnten, ist halt begrenzt. Wandert allerdings auch in den Schnitt und so weiter und so fort. Also deswegen, ich bin so kein Freund davon zu sagen, es beschränkt sich nur auf die Leute, die vor Ort sind. Nee, 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 das nicht, aber die Anzahl ist halt deutlich kleiner. Das ist keine Ahnung. Bei den großen T-Pics mit Zuschauern, wo es meistens von Fans sagt. Absolut. Es hat einen Vorteil, der eher einen traurigen Hintergrund hat, und zwar, dass du davon ausgehen musst, dass irgendjemand von WWE mal positiv getestet wird. Und wenn das jetzt in dem Zeitraum zwischen jetzt und Wrestlemania passiert, dann wird es das wohl gewesen sein mit Wrestlemania. Zumindest wenn man das Ganze ein bisschen ernst nimmt und nicht um den Tisch zu kehren. Wenn da jemand von den Leuten, die in die Produktion oder auch in das, in die Shows direkt, also als Performer involviert sind, positiv getestet wird auf das Coronavirus, dann sind die dann alle in Quarantäne. Bye-bye, Wrestlemania. Und dem geht man jetzt erstmal aus dem Weg. Und das halte ich auch für eine kluge Entscheidung, um ehrlich zu sein, als dass man jetzt irgendwie jede Woche diese zwei oder drei Shows bringt und dem halt dann wirklich Gefahr läuft. Irgendwann, es ist eine Frage der Zeit, das ist nun mal, machen wir uns nichts vor. Es ist eine Frage der Zeit, bis irgendjemand positiv getestet wird. Das ist der Vorteil. Jetzt rein showtechnisch, es passiert ja jetzt so Storyline-mäßig jetzt nicht mehr so viel, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Auch in den letzten beiden Wochen schon nicht. Also, dass das jetzt so high-notch, spannungsgeladene Storylines sind, die lange, lange durchdacht sind oder so, das, seien wir ehrlich, ist es ja jetzt nicht. Wenn man zwei Stunden seiner Wochenschau mit zum Beispiel einem Royal Rumble Replay füllt und eine Stunde nur für alles andere reserviert, zeugt das zumindest nicht davon, dass da jetzt noch viel vorangetrieben werden müsste. Nee, und das ist ja auch jetzt nicht so, dass, wie gesagt, dass da so wirklich so Schwerpunkte reingelegt wird, so auf Details geachtet wird, so, keine Ahnung, Ghetto-Booking wie bei New Japan. Jedes Detail ist irgendwie wichtig. Ist ja nicht. Also, das ist, müsste mir mal jemand erklären, warum AJ Styles gegen Undertaker jetzt ein Boneyard-Match ist. Gibt es dafür irgendwie einen größeren Grund, außer einfach, ja, ist jetzt halt so. Also, soll heißen, dass jetzt Vince noch viel in den Haufen geholfen hat, weiß ich nicht. Und es werden ja jetzt schon, wenn wir jetzt ehrlich sind, ein paar Matches auf die Kart geklatscht, um das Ganze zu füllen, jetzt nicht so WrestleMania-Feeling versprühen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Vorteil ist, weil was will er noch großartig ändern, eigentlich, in der aktuellen Situation. Moritz hat uns gefragt, glaubt ihr, dass die Qualität der Matches durch die Tapings zunimmt? Er schreibt, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es der richtige Schritt war, dass, wenn man schon WrestleMania unbedingt bringen möchte, dann nicht das Ganze live sendet, sondern Tapings davon aufnimmt und dafür ein klar durchstrukturiertes Match, das von der Produktion noch mal besser sein kann, liefert. Oder sehe ich das falsch? Sieht Moritz das falsch? Oder ist das auch ein Vorteil für die Matchqualität? Du hast es schon angesprochen, wenn das Ganze in den Schnitt geht, vermutlich schon. Also, gerade vielleicht die Matches, die außerhalb der Arena irgendwie stattfinden, die kann man dann ganz gut zusammenschneiden. Also, denen kann man wahrscheinlich auch so ein cineastisches Feeling sogar geben, wenn man möchte, was echt cool wäre, muss man schon sagen. Da ja, man könnte Bordschuss rausschneiden, man kann Längen rausschneiden, wenn man wirklich mal welche hat. Das kann ein Vorteil sein. Problem ist da auch wieder, die Wrestler oder viele der Worker, die dort sind, könnten die da eine ganz andere Abwechslung reinbringen, könnten die dafür sorgen, dass jedes Match irgendwie anders wird, ein ganz eigenes Feeling hat. Ja, könnten viele der Leute, ich rede jetzt nicht von Baron Cohen gegen Elias, aber es gibt viele Leute, die waren auf der ganzen Welt unterwegs oder machen das schon so lange, die könnten das. Aber es ist halt immer noch WBE und da sind wir wieder beim Thema, ein bisschen vom Anfang, da gibt es eingefahrene Strukturen. Bei WBE hat man eine Vorstellung davon, wie so ein Match aussehen soll und dann hat verdammt nochmal jedes Match so auszusehen. Und ob man da aus seiner Haut kann, weiß ich halt nicht. Das heißt nicht, dass die Matches schlecht sind, aber was jetzt die Match-Stories angeht, also wirklich diese Tiefe, das fehlt halt bei WBE. Und das Wrestling ist trotzdem sehr gut, so gut vielleicht wie noch nie im Gesamten gesehen, aber diese Tiefe, was Storylines und Abwechslung angeht, die fehlt halt einfach. Und zwar bei Design, wenn man ehrlich ist, weil WBE das so will. WBE hat seine Backförmchen und aus den Backförmchen bricht bitteschön niemand aus. Und ich weiß nicht, ob man das über den Haufen wirbt. Ich kann es fast nicht glauben. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es fast nicht. Eine Match-Story allein im Grundsatz kann man auch nicht durch die Postproduktion herzaubern. Das stimmt, da wäre ich dann auch bei dir. Wir haben noch eine andere Hörerfrage von Benni, der hat uns nämlich gefragt, glaubt ihr, dass sich aufgrund der aktuellen Situation Matchausgänge bei Mania verändert haben? Beispielsweise könnte man sich von Seiten der WWE doch dafür entscheiden, Lesnar gegen McIntyre gewinnen zu lassen und die Fäde dann weiterlaufen zu lassen, um McIntyre gegebenenfalls beim SummerSlam den Sieg vor Publikum zu geben. Bevor ich dich zu Wort kommen lasse, es gab ja schon Veränderungen. Dana Brooke wird nicht auf der WrestleMania-Card stehen. Sie ist in Quarantäne. Rey Mysterio wird auch nicht auf der WrestleMania-Card stehen, auch er in Quarantäne. Insofern, also an der Card selbst hat sich schon was verändert. Glaubst du aber, dass die Ausgänge trotzdem in Stein gemeistert waren und so durchgezogen werden, wie angedacht? Naja, das mit Drew McIntyre finde ich einen guten Punkt. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass gerade dieses Match da nochmal eine Änderung erfährt. Weil für McIntyre sollte es ein Inhalt der große Moment werden. Der wirkt jetzt halt irgendwie ein bisschen seltsam, wenn wir ehrlich sind. Wenn er dann mit dem Titel vor leerer Halle irgendwie steht und jubelt. Ich weiß nicht, das ist halt einfach nicht dasselbe. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das jetzt rauszieht. Wobei, da man es mal gewinnen zu lassen, das ist halt auch Bauchschmerzen. Aber ansonsten, ob es jetzt da so wirklich einen Grund dafür gibt, wenn man dann einfach irgendwann die Normalität weiter will, dass man jetzt Matches ändert. Also es werden sich immer bei WWE-Matches kurzfristig ändern. Unabhängig von jetzt der aktuellen Krise, die wir haben. Aber ich weiß nicht, ob die Corona-Krise jetzt wirklich zu Änderungen der Booking-Pläne führt. Möglich wäre es aber durchaus. Aber ich habe noch nichts gehört dergleichen. Ich weiß jetzt auch nicht, was das konkret sein könnte. Sinn wird es aber zum Beispiel gerade im Beispiel von McIntyre auf alle Fälle machen. Der Name Ray Mysterio, der ist jetzt gerade gefallen, er in Quarantäne. Und du hast es vorhin auch schon angedeutet, es ist eine Frage der Zeit, bis bei WWE ein Fall auftaucht. Ray Mysterio ist vorsichtshalber in Quarantäne. Der war letzte Woche zum Beispiel bei Raw mit Namen wie Jerry Lawless, Stone Cold Steve Austin. Da kann man sich jetzt Geschichten ausmalen von wegen, was da vielleicht schon hätte übertragen werden können. Es ist ja das Horrorszenario trotzdem. Jemand infiziert sich bei WWE. Gerade wenn wir jetzt auch jemanden denken wie Roman Reigns zum Beispiel. Das ist ja jemand, den man da sehr sorgfältig als Namen betrachten muss. Hat er mit seiner Leukämie eine nicht zu vernachlässigende Schwächung seines Immunsystems hinter sich. Ich habe die Frage jetzt schon mehrfach gestellt in den letzten Wochen und ich muss sie jetzt auch dir dann einfach nochmal stellen. Ist WWE auf dieses Worst-Case-Szenario denn vorbereitet? Oder ist man vielleicht doch der Meinung, wenn es passiert, dann passiert es und dann senden wir halt nur noch Wiederholungen? Na, ich glaube, man hat versucht, sich vorzubereiten. Dieser Tapping-Marathon ist, glaube ich, die Konsequenz darauf, dass man sich versucht hat, vorzubereiten. Und ansonsten ist halt immer die Frage, inwiefern kann man darauf vorbereitet sein? Dass man das auch bei WWE immer, das ist halt auch ein bisschen Verdrängung. Also das geht uns aber allen so. Das ist ein Stück weit Verdrängungsprinzess, den wir auch in Deutschland haben. Man will das alles nicht so wahrhaben. Also wer hätte denn vor zwei Wochen gedacht, dass es in Deutschland eine Ausgangssperre heißt ja nicht, aber... Kontaktverbot. Ja, genau, Kontaktverbot, dass es sowas gibt. Das ist undenkbar. Und das zeigt ja eigentlich auch schon, dass da ein Jerry Lawler mit seinen Herzproblemen vorher, wirklich in dem Alter, wo er stark gefährdet ist, dann immer noch dort eingeladen wird und dort bei den Shows mit dabei ist. Das zeigt ja schon, so ganz vorbereitet ist er nicht. Und das ist auch nicht alles so hundertprozentig durchdacht. Das Problem ist halt, man hat jetzt halt vielleicht das Glück, ich weiß nicht, wie das in den USA ist mit dem Testen, wenn es aber so ist wie in Deutschland, auch da könnte ich dir Geschichten erzählen, fällst du vom Glauben ab. In Deutschland wirst du nicht getestet, wenn du nicht mit irgendjemandem Kontakt hattest. Ja, weil die Kapazitäten nicht reichen. Richtig, oder der in Italien war zum Beispiel. Was natürlich absolut surreal ist, erstens, weil du weißt ja gar nicht, ob du mit jemandem Kontakt hattest, im blödesten Fall, der aus Italien kommt, oder mit jemandem Kontakt hattest, der mit jemandem Kontakt hatte, der in Italien war. Weißt du alles nicht. Das heißt, jetzt hast du eben halt Real Mysterio und Dana Brooke in Quarantäne, das ist gut. Wenn jetzt aber die Symptome schlimmer werden und die vielleicht wirklich mal getestet werden und du stellst dich raus, die sind positiv getestet. Wenn sich das Ende der Woche rausstellen kann, kannst du sagen, okay, du hast für WWE gut, in Anführungsstrichen, hast alles im Kasten, aber dann liegt der Laden erstmal lahm. Dann musst du halt sehen, Inkubationszeit zwei Wochen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Mysterio vor zwei Wochen schon hatte, ist dann relativ groß. Und dann stand der eben halt mit besagten Personen im Ring und hatte wahrscheinlich auch Backstage mit den Leuten Kontakt und hat das Ringseil angefasst und dies und das und jenes. Und dann hast du halt ein Problem. Das zeigt schon, du kannst dich nicht hundertprozentig darauf vorbereiten oder wenn du dich darauf vorbereiten willst, dann kannst du solche Shows nicht veranstalten. Das ist nun mal ein Kontaktsport. Da ist nichts irgendwie wie im Büro, dann hältst du mal drei Meter Abstand und stellst dich nicht in Gruppen draußen hin. Das geht da jetzt nun mal relativ schlecht. AEW hat ja sein Blood and Guts Match auch abgesagt mit unter anderem, also so als Chris Jericho auf Twitter noch ergänzt, mit der Begründung, ja, da stehen zehn Leute im Ring auf engstem Raum plus ein Referee und da ist das technische Personal noch nicht mit eingerechnet. Also da ist man, glaube ich, bei Mania jetzt auch das ein Grund, warum A, das Ganze zweitägig stattfindet und warum man Matches auslagert, wie zum Beispiel so ein Knochenhof-Match. Ich finde diesen Ausdruck fantastisch. Warum das stattfindet? Weil du natürlich auch nicht so viele Leute auf einem Ort haben, also auf einer Stelle haben willst. Das ist natürlich auch der Hintergrundgedanke und deswegen wird es auch in diesem Jahr keine Enray the Giant Battle Royale geben. Das sind ja alles Sachen, die zeigen, WWE macht sich da schon Gedanken. Ja. Hundertprozentig vermeiden kann man es aufgrund dieser Art und Weise, wie es sich eben verbreitet, kann man es dann eben nicht. Ihr habt ganz viele Fragen gestellt. Ein paar haben wir jetzt schon währenddessen beantwortet. Jetzt kommt nochmal eine ganze, ganze Reihe. Ich kann euch sagen, wir sind jetzt bei 50 Minuten in etwa, also wir werden heute länger machen als eine Stunde, aber ich finde in diesen Tagen, jeder Podcast, der ein bisschen länger ist als sonst, da freuen sich die Leute eigentlich im Moment eher. Deswegen, lass uns doch mal einfach den Köpfer ins bunte Becken der Fragen wagen. Y2KO hat uns gefragt, glaubt ihr, dass WrestleMania jetzt immer auf zwei Tage aufgeteilt wird? Bist du ein Fan von diesem Konzept? Ich finde es besser als sieben Stunden WrestleMania. Am Stück. Also, vorausgesetzt, man macht jetzt irgendwie zweimal dreieinhalb Stunden, dann ja. Wenn man jetzt zweimal sieben Stunden macht, um Gottes Willen, nein. Also, das muss man denen ja zutrauen, weil dann können sie wieder sagen, WWE Network wurde zig Stunden geschaut, weißt du ja, wie es ist. Ja. Aber, ähm, wenn man es einfach kürzt und auf zwei Tage aufzahlt, finde ich das okay. Aber, ist jetzt vielleicht auch eine Sondersituation. Ob du zweimal irgendwie 80.000 Leute ins Stadion kriegst mit dem Line-Up, bezweifle ich dann auch. Weiß ich nicht. Ich glaub's nicht fast. WWE bewirkt das ja jetzt auch mit Too Big for One Night. Ihr könnt übrigens mal ein Trinkspiel machen, für jedes Mal, wie das jetzt in den nächsten anderthalb Wochen erwähnt wird. Ich glaub, dann schafft ihr es nicht bis Mania. Genau. Wenn ihr nicht, wenn ihr alte Alkohol seid, dann könnt ihr, ähm, macht das so, immer wenn Coronavirus erwähnt wird, dann trinkt ihr was. Ich bin aber tatsächlich, muss ich jetzt sagen, ähm, ich bin von diesem zweitägigen Konzept, bei New Japan find ich's gut, bei WWE muss ich sagen, passt es irgendwie mir dann doch nicht so recht. Also, ich sage lieber, dann machst du eine Mania, aber lass sie halt nicht sieben Stunden gehen, mach halt eine Mania, die von mir aus maximal fünf Stunden geht. Und dann, dann ist das, dann ist das irgendwie noch verkraftbar. Aber zwei Tage WrestleMania, ich weiß nicht, das passt für mich irgendwie nicht in dieses, äh, WWE-Konzept, ähm, rein. Und Jonathan hat das bei uns in den Reviews mittlerweile auch ein paar Mal ausgeführt und ich bin da ganz auf seiner Seite, ähm, das, das WWE-Produkt ist nicht dafür gemacht und, äh, WrestleMania ist ein eintägiges Event und es verliert so ein bisschen irgendwie seinen Reiz, äh, wenn man's irgendwie, finde ich, auf zwei Tage aufteilt. WrestleMania ist so diese eine große Show, wo es einmal ganz viel Feuerwerk gibt und gut ist, das ganze zwei Tage irgendwie, ist bei New Japan besser aufgehoben, das Konzept, finde ich. Na, New Japan macht's einem da auch einfacher. Also, leg mal, hier, mal die Karten auf den Tisch. Bei New Japan ist es so, die Reihenfolge der Matchcard steht von Feuerfest. Das heißt, du weißt, wann die Matche stattfinden. Und du weißt, dass es beim Uninteressantesten anfängt und beim Main-Event ändert. Das bedeutet, auch dieses Jahr hattest du bei New Japan, wenn du dir jetzt nicht zweimal fünf Stunden antun willst, konntest du wahrscheinlich die ersten 90 Minuten durchaus skippen, weil du wusstest, was kommt. Das fällt dir bei WWE schon mal flach. Da kannst du ja theoretisch, das zweitwichtigste Match des Abends oder dein potenzieller Main-Event kann als erstes kommen. Das heißt, wenn du live gucken willst, kannst du nichts skippen, dann sitzt du den ganzen Tag dort vor der Klotze. Was heißt den ganzen Tag? Aber sieben Stunden. Und ich weiß nicht, wie es ihr geht, ich hab da echt zu kämpfen. Ich hatte selbst letztes Jahr live damit zu kämpfen. Das ist mir einfach zu lang. Also, und ich bin jetzt nicht so ein ADHS-Kind, aber das ist mir einfach zu sagen, vor allem, wenn das Längen hat und dann halt Sachen sind, die dich echt nicht interessieren. Das kommt dir ja nicht vor, wenn du irgendwie daheim bist und Netflix binge-watchst, kommt das ja nicht vor. Entweder du magst die Serie oder du magst die Serie nicht. Du guckst dir ja jetzt nichts an, was du nicht magst. Und das tut halt so unglaublich weh manchmal. Und da finde ich dann, das aufzuteilen in dreieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden oder auch von mir ist auch vier Stunden mal, das lässt sich halt mal so weggucken an einem Abend. Da finde ich das schon ein bisschen besser. Ich bin ja ein großer Freude vielleicht davon, sowohl bei New Japan als auch bei WWE, einfach auf unnötige Matches, die im Grunde nur dazu da sind, um irgendwelche Leute auf die Karte zu verzichten. Von mir aus können sie ja den Leuten ihren Paycheck geben, das ist mir ja egal. Aber zum Beispiel schon diese Under the Giant Battle Royale, die fand ich jedes einzelne Mal bescheiden. Das braucht keinen Mensch. Für die Wrestler, ich verstehe das, ist das eine coole Sache, vor der Kulisse aufzutreten. Ja, aber für mich als Zuschauer. Aber das ist vielleicht auch wieder meine Persönliche-Präferenz. Aber das ist so, boah, muss ich mich jetzt da 20 Minuten durchkämpfen und schlechte Comedy sehen und Battle Royale-Matches sind eh meistens so furchtbar anstrengend. Brauche ich nicht. Aber auch dieses Mal wieder, keine Ahnung, es ist Street Profits gegen Andrade und André Kasia. Es ist jetzt kein schlechtes Match, aber das wirkt einfach nicht wie WrestleMania. Wenn ich das Gefühl habe, das Match könnte ich auch gestern bei Raw gesehen haben, dann ist es kein WrestleMania. Das stimmt. Gerade in diesem Jahr gibt die Karte, dieses zweite Jäge finde ich halt auch einfach nicht her. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Jetzt ist die Frage, vielleicht das, nehmen wir noch mit rein, wird WWE das in den nächsten Jahren machen oder ist das in diesem Jahr einfach diese Ausnahmesituation? Also ich glaube, das ist eine Ausnahmesituation. Ich glaube aber, WWE wird das machen, weil die natürlich auch sehen, zwei Tage, zweimal volle Stadion, zweimal Pay-Per-View, zweimal, wie gesagt, WWE-Network-Stunden, die da geschaut werden, weil man da ja immer groß damit angibt, obwohl die Zahl ja nichts aussagt. Man wird das nochmal mit vollem Stadion probieren. Ich glaube, das wäre jetzt dieses Jahr nicht geplant. Und es ist auch eine Ausnahmesituation jetzt, aber ich denke, das wird kommen. Ob jetzt nächstes Jahr oder irgendwann anders, weiß ich nicht. Aber man wird das bei WWE versuchen. Ganz einfach, weil es New Japan gemacht hat und funktioniert hat. Und dann glaube ich nicht, dass WWE sich das nicht gehen lässt. Genug Leute hat man ja. Absolut. Mr. Rob möchte wissen, in den USA wird es vermutlich in den nächsten Wochen immer mehr Einschränkungen geben. Was Menschenansammlungen angeht, glaubt ihr, AEW sollte auch mehrere Shows im Voraus aufzeichnen, damit nicht Elemente, welche die Show aufwerten, wie zum Beispiel die Wrestler in den Publikumsreihen, verloren gehen. Vielleicht dazu. AEW wird ja an diesem Mittwoch Dynamite nochmal live ausstrahlen. Und, soweit mir das jetzt bekannt ist, soll auch viel live getapet werden. Man hat doch letzte Woche schon viel getapet. Man haut jetzt in dieser Woche eine Doppelfolge Dark raus, wo ich mich so gefragt habe, ja, wenn ihr schon zwei produziert habt, dann nehmt das doch für zwei Wochen, anstatt das alles in einem Tag raushauen. Ähm, ja, aber bei AEW ist man, glaub ich, da auch, äh, aware of this problem und wird da jetzt, äh, am Mittwoch bei Dynamite danach auch noch viel aufzeichnen. Ähm, ich glaube, die sind sich dieses Problems auch bewusst. Weißt du mehr als ich? Nicht wirklich. Also, ich war auch ein bisschen erstaunt, dass man das jetzt, äh, was man letzte Woche aufgezeichnet hat, nicht in der Hinterhand behält. Weil so Matches kann man eben halt dann auch mal durchaus bei Dynamite bringen, weißt du? Du bringst halt Clips und so weiter und dann streust du mal so ein Match ein. Und alles ist gut. Da kannst du ein paar Wochen mit überbrücken. Ähm, dass man es nicht gemacht hat, überrascht mich ein bisschen. Weil es jetzt auch keine direkte Notwendigkeit für zwei Stunden Dark diese Woche gibt. Aber gut, hat man jetzt gemacht. Ähm, ich bin, hätte auch gesagt, ein bisschen vortheben kann nicht schlecht sein, ähm, weil man eben halt nicht weiß, wie lange es geht. Ähm, jetzt mal drei, vier Wochen zu überbrücken, wird nicht das Problem sein. Erstens ist die Frage, wie reagiert denn TNT darauf? So heißt es, wenn es keine Shows gibt. Sieht man das dort locker und sagt, naja, gut, dann senden wir mal zwei, drei Wochen was anderes. Es sind jetzt halt Ausnahmesituationen. Danach setzen wir wieder an. Ich traue es TNT durchaus zu, dass man das so sieht. Und dann hat man ja immer noch die Pay-Per-Views und, ähm, auch die Live-Specials letztes Jahr, die man ja auch notfalls mal anbringen kann. Bringst du halt mal, kann man Revolution, Double or Nothing, aufgeteilt auf, 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 auf zwei Shows. Also, das gegen Kenny und Hangman wäre ein, wäre durchaus Werbung. Ja, also, du könntest dir jetzt zum Beispiel einfach sagen, Double or Nothing, ich glaube, das klingt auch gut, fünf Stunden. Damit kannst du locker zwei Wochen Dynamite füllen. Also, das ist jetzt, ist jetzt nicht das Subproblem, dass du das überbrücken kannst. Und dann liegt es einfach an den TV-Sender, ob dir die, die Gelder streichen. Und ich glaube fast, im Moment wird das halt niemand machen. Wir haben halt auch gemerkt, was wir jetzt in AEW ein bisschen haben. Auch Ratings sind gerade gar nicht wichtig tatsächlich. Also, diese Ausnahmesituation ist auch bei den TV-Sendern angekommen. Richtig. Und dementsprechend könntest du ein paar Wochen überbrücken. Und deshalb fällt das, glaube ich, AEW zum Beispiel auch leichter, jetzt zum Beispiel Blatt & Guts abzusagen. Die sind in einer besseren Situation. Die können jetzt Shows bringen. TNT wird jetzt nicht so viel erwarten. Solange, wie man es geht, wird man Shows bringen. Wenn nicht, wird man irgendeinen Plan B finden. Und wenn es mal eine Woche ausfällt, dann ist das halt auch so. Es ist eine Extremsituation. Und wenn es dann wieder möglich ist, wird man halt wieder voll starten. Und schon letzte Woche, es war eine gute Dynamite-Show. Aber die wäre noch so viel geiler gewesen mit Zuschauern. Alleine als Vanguard One reinkam, die Leute werden durchgedreht. Damit ist die Drohne gemeint für alle, die nicht im Universum inbegriffen sind. Genau. Und so hat man halt Blatt & Guts. Das ist halt ohne Zuschauer, es fehlt halt irgendwie wirklich was. Also es ist erschreckend, also zumindest für mich erschreckend, wie Zuschauer beim Wrestling doch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und das wird dann jetzt eben wirklich sehr deutlich. Also wir schauen mal, wie AEW das dann in den nächsten Wochen zeigt. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass du ein Being-the-Elite-Konzept zeigst mit ein paar Flashbacks zu alten Pay-Per-Views. Also das hat man ja jetzt bewiesen, dass man damit irgendwie ... Und vor allem die eigene Fanbase kann man damit bedienen. Also das schauen sich ein paar hunderttausend auf YouTube an. Und dann ist das auch im TV ein sendbares Unterhaltungsprodukt. Ganz ehrlich, das ist ein sendbares Unterhaltungsprodukt als Chinlocks in der leeren Turnhalle. Ja, Baron Corbin gefällt das nicht. Der letztens in einem Interview gemacht hat, der macht das absichtlich, um Leute zu triggern. Ich mag den nicht mehr in Interviews hören und auch nicht mehr auf Twitter. Der geht mir auf den Sack. Also Entschuldigung, dass ich das so sage, ich kann ja nicht, ob ich das hier so sagen darf. Darfst du. Gut, nee, bei bestem Willen, ich komme auf den Typen nicht klar. Ganz einfach, weil er ist so ein Typ, der im Grunde auch in den sozialen Medien irgendwelchen Mist schreibt oder kontrovers ist, sich am Ende damit aber auch rausrechnet, dass er ja Heal ist, weißt du? Und ich habe dich alle nur gewirkt, weißt du? Und dann, weißt du, postet aber wieder Bilder mit seiner Familie beim Grillen oder so wieder ganz, oh, der ist ja so sympathisch oder so. Also ich hasse das, wenn man im Grunde alles so ein bisschen vermischt und dann immer aber das als Ausrede findet. Und ich versuche ja, euch ja nur zu trollen oder so. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich es nicht mag, wenn ich jemanden nicht einschätzen kann. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber da nervt der. Weil er eben halt auch so viel Unsinn schreibt, dass sich manchmal mir echt die Zehennägel hochrollen. Also das habe ich neulich wieder gelesen, wo er gesagt hat, ja, dass die Wrestler, die nicht bei WWE an der Spitze stehen wollen, die sollen doch am besten kündigen, die einem nichts zu suchen. Baron Corbin, du hättest deinen Kackjob nicht, wenn du nicht groß wärst und wenn dich nicht WWE weggecastet hätte. Wärst du jetzt niemals Wrestler? Erzähl du doch nicht anderen Leuten, die vielleicht aus der Independent-Szene kommen, was die auf sich nehmen und irgendwie da einen Job zu bekommen. Weißt du, also auch dieses komplett falsche Selbstreflexion. Also einfach mal zu erkennen, Baron Corbin ist nicht nur da, weil er hart gearbeitet hat. Da vielen, da fallen, also wenn der in der Independent-Szene angefangen hätte und es würde nicht nur auf Größe ankommen, dann wäre jetzt ein ziemlich kleines Licht in der Independent-Szene und könnte froh sein, wenn man ihn auf andere Dinge genommen hätte. Jetzt mal überdrehen gesagt. Ohne jetzt, aber... Es kommt halt in der Indie-Szene noch mehr darauf an, overzukommen. Und wenn man Baron Corbin was in seiner WWE-Karriere unterstellen kann, dann durchaus, dass er nicht so wirklich overgekommen ist jemals. Man sagt ja immer, er ist so ein großartiger Heal, weil er haben viele Buh-Rufe. Nur es gibt halt eben den kleinen Unterschied zwischen Go-Away-Heat und Tommaso Ciampa-Heat. Ich benenne das jetzt einfach Tommaso Ciampa-Heat, weil er ein großartiges Gegenbeispiel ist. Ich werde jetzt hier nicht groß einsteigen. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin nicht ganz so ein großer Baron-Corbin-Fan, sagen wir es so. Genau, deswegen, ich werde da jetzt nicht mit einsteigen, aber schön, dass wir das jetzt gehört haben. Ich würde jetzt aber, bevor wir zu viel über Baron Corbin reden, die Sendezeit für noch ein paar andere Sachen mitverwenden. Blub 340, fantastische Frage. Was ist aktuell schwieriger? WrestleMania ohne Publikum gut zu veranstalten oder an eine Rolle Klopapier zu kommen? Das weiße Gold. Was machen die Leute damit? Es gibt so verschiedene Theorien. Die Leute sind zu Hause, haben viel Zeit, Pornos zu gucken. Naja, geht noch nicht weiter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Lustige Anekdote. Meine Nachbarn habe ich jetzt mal neulich erwischt, die sind nach Hause gekommen, hatten mit fünf Packung Klopapier. Die sind zu zweit, da dachte ich mir, jetzt fragst du mal, was macht ihr mit dem Klopapier? Die haben mir dann erzählt, naja, wir brauchen eine Rolle am Tag für zwei Personen. Ich dachte mir so, um Gottes Willen. Sportlich. Was esst ihr denn am Tag? Da müsst ihr noch viel mehr Dosen gekauft haben, aber was wollt ihr denn essen? Und selbst wenn, das reicht ja immer noch für länger, als eine Quarantäne anhalten würde. Also ich weiß nicht, das ist so, keine Ahnung, sie fürchten um die Versorgungslage und das allerkleinste Problem, was ich irgendwann hätte, ist, dass mir das Klopapier ausgeht. Da gibt es ja auch Alternativen. Und gut fand ich es auch immer, Küchenrolle gab es immer noch. Ihr benutzt bitte, alle die das hören, keine Küchenrolle als Toilettenpapier. Damit verstopft ihr nur das Abwassersystem. Ja, aber natürlich, aber ich meine grundsätzlich, so weit denken glaube ich die meisten nicht. Sehr gut. Ja. Bitte? Also ich glaube, an Klopapier zu kommen ist schwierig. Nehmen wir diese Fangfrage als beantwortet hin. MRN Vic hat gefragt, was haltet ihr von einer Storyline über das Coronavirus? Ich glaube, wenn ich jetzt, also ich finde, also es zumindest zu erwähnen, finde ich okay, eine Story draus zu machen, halte ich dann wahrscheinlich doch für zu pietätlos, glaube ich. Zu früh? Ja. Ja, aber wie soll die auch aussehen? Ja. Versuche ich mir jetzt gerade. Drew McIntyre kann nicht antreten, weil er ist in Schottland gefangen und ich weiß nicht. Ja gut, okay, das fände ich aber noch okay. Wenn es jetzt nicht so eine Storyline ist hier von wegen, ich stecke jemanden absolut nicht an, damit ich ihn nicht irgendwie gegen ihn antreten muss oder so. Oh Gott. Das wäre, das geht gar nicht. Aber wenn man irgendwie eine Abwesenheit erklärt. Wenn Corbin macht ein Twitter-Video, wie er jemanden anhustet und sagt, ich darf ja, ich bin ja hier. Ja. Die Kategorie. Genau, also das geht nicht. Jetzt muss ich nur erklären, wenn sich jemand da verletzt, warum er nicht antreten kann oder warum er ein paar Wochen nicht in den Schoß sein kann, fände ich okay. Weil das einfach nur eine Einbeziehung von realen Begebenheiten ist, auch wenn es nicht hundertprozentig stimmt, aber es ist im Grunde, dann finde ich es kreative Freiheit. Oder ich hätte auch vielleicht gerne mal ein Match bei TNT oder bei irgendeiner Comedy-Promotion, Wrestler gegen Coronavirus und der Wrestler gewinnt. Also gegen das unsinkbare Virus natürlich. Nein, weiß ich nicht, kann ich mir das mal vorstellen im Moment. Daniel fragt, glaubt ihr, dass Raw oder SmackDown in Zukunft mal wieder drei Millionen Zuschauer erreichen könnten? Wir haben jetzt nicht ganz so viel über Ratings geredet. Also die Zahlen für Raw, SmackDown und Dynamite, die waren ja allesamt eigentlich weit davon weg, schlecht zu sein. Dahinter steckt einfach so ein bisschen die Aussage, okay, die Leute wollen irgendwie dann doch schon Live-Wrestling noch gucken. NXT würden wir jetzt hier gerade mal ausklammern. Ähm, was glaubst du, welcher Effekt, du bist ja auch jemand, der sich mit den Zahlen auseinandersetzt, könnte in den nächsten Wochen einsetzen? Also in den nächsten Wochen sehe ich es jetzt nicht unbedingt. Was willst du großartig aus dem Hut zaubern? Dann müsstest du irgendwie WrestleMania irgendwie in Free-TV bringen. Also, Free-TV ist es ja nicht, aber auf USA bringen oder auf Fox bringen, dann ja. Ansonsten, WWE kann immer mal so einen Peak erreichen, indem man einfach irgendeine Sondershow aus dem Hut zaubert. Geht halt auch nicht oft. Man hat schon gesehen jetzt bei Austin, das war jetzt auch schon nicht mehr, dass das so steil durch die Decke ging. Aber so Raw 25 oder die 1000 Episode. Da sind immer viele alte Leute anwesend, die sollte man vielleicht gerade nicht auf einen Fleck karen. Das ist richtig, das ist richtig. Aber so generell könnte man das halt erreichen durch sowas. Aber nicht mit einer normalen Episode. Da sind wir ganz ehrlich, im Moment ist bei WWE niemand heiß. Am heißesten wäre dann vielleicht noch Gronkh, Gott bewahre. Aber, ähm, ja, das hat sich, glaube ich, seit letzter Woche dann auch relativ schnell errichtet. Oh, war das schlecht. Aber, ähm, nee, so heiß ist einfach niemand. Du könntest das nur mit Legenden und mit vielen Legenden. Oder mit einer bombastischen Storyline oder irgendwie einem ganz großen Drama. ähm, bringen. Also, so Sachen, über die man eigentlich nicht denken will. Keine Ahnung, Vince McMahon ist verstanden. Also sowas. Aber das sind ja alles, ähm, mit sowas sollte man ja nicht spekulieren. Fast eine Story mit Coronavirus. Ja, genau. Eigentlich, also, ich glaube nicht dran, mit einer normalen Show. AEW könnte zumindest die eine Million knacken. Ich denke einfach mal, Glatt & Guts hätte es vielleicht geschafft, wenn man das so weiter hätte führen können. Letzte Woche, und es wären viele Zuschauer gewesen, die Stimmung wäre egal gewesen, mit dem Duby von Harper und mit Hardy. Und dann nächste Woche. Mit Fans, ja, auf jeden Fall. Ja, hätte man eine Million bestimmt locker geschafft. Vielleicht schafft man es auch diese Woche. Naja, schafft man nicht. Oder hätte man es auch geschafft ohne Zuschauer, so meine ich. Aber auch da ist man natürlich von irgendwie zwei Millionen oder drei Millionen weit entfernt. Das ist auch unrealistisch im Moment, muss man dazu sagen. Also, nur irgendwie Retro und, ja, nur Retro bringt im Grunde diese großen Ratings im Moment. Und sind wir ehrlich, Ratings gerade sind jetzt nicht das Allerwichtigste. Also, da gibt es wahrscheinlich gerade sowieso Sachen, auf die wir mehr achten sollten. Wir kommen jetzt noch zu ein paar Sachen, die weniger jetzt mit WrestleMania und Tapings und so zu tun haben. Ähm, A-Main hat gefragt, welchen Wrestler mögt ihr nicht, obwohl ihn alle feiern? Baron Corbin kann man jetzt bei dir aber eigentlich nicht nennen, weil ich weiß nicht, wie viele Baron Corbin feiern. Ich habe mir zwei Namen aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir einmal aufgeschrieben, die Street Profits. Ich weiß jetzt nicht, wie groß deren Fanbase ist, aber ich finde die Street Profits furchtbar. Und ich habe schon mehrfach begründet, warum. Ich werde jetzt gar nicht genau begründen, warum, sondern da müsst ihr nur alte Reviews von mir hören. Aber dieses Rumgehüpfen, dieses Rumbrüllen die ganze Zeit. Alternative Wahl dazu, Goldberg. Wir bringen jetzt bei uns auf Patreon so ein Rewatch des Monday Night Wars, also WWE gegen WCW. Irgendwann werden wir da ja auch auf den Werten Herrn Goldberg treffen. Ich weiß, Goldberg wird bei uns jetzt in Deutschland sowieso nicht ganz so massiv gefeiert, aber in den USA ist er weitestgehend schon noch so ein großer Deal. Auf jeden Fall mehr Fans als die Street Profits. Aber Goldberg war für mich, wenn ich ihn bisher immer gesehen habe, wirklich einer der unsichersten Worker. Einer dieser Performer, die wirklich ihre Gegner regelmäßig in Gefahr gebracht haben und damit auch wirklich einfach unprofessionell im Ring agiert haben. Und das bestätigen nicht wenige, die auch mit ihm im Ring standen. Deswegen, ja, wen mag ich nicht? Erst die Street Profits und dann würde ich sagen Goldberg. Also welchen Gesichtspunkt denn eigentlich? Als Person oder als Wrestler? Goldberg? Ne, so generell. Die Fragestellung meinst du ja, welchen Wrestler mögt der nicht, obwohl ihn alle feiern? Ja, welchen Wrestler feiern denn alle? Dann müsste man da mal vielleicht anfangen. Das ist schon nicht so einfach. Also Baron Corwin fällt da schon raus. Goldberg ist ein Punkt. Würde ich mitgehen. Welchen Wrestler feiern alle bei WWE? Aber es geht vielleicht auch gar nicht nur um WWE. Die Sache ist halt, okay, magst du Cody jetzt nicht? Ne, Cody, Cody auf Cody lasse ich nicht kommen. Also das überhaupt gar nicht. Der gehört zu meinen absoluten Lieblingen im Moment. Also nicht nur bei AEW, eigentlich vorher schon in ein, zwei Jahren. Private Party? Okay. Das ist ein bisschen das, was bei dir Street Profits abklatscht. Nur mit sehr grünem Ring, mit ganz grün. Bei WWE, irgendwie von WWE muss man jetzt noch nennen. Roman Reigns kann man auch nicht sagen, dass sie ihn alle feiern. Ja, nee, das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber Roman Reigns bin ich eher schon wieder so einer Meinung. Da bin ich eher schon wieder einer, dass er ist nicht das Top Babyface, aber er wird auch von vielen irgendwie schlechter geredet, als er ist. Das stimmt, auf jeden Fall. Aber Seth Rollins und Becky Lynch. Alright, ja. Sind nennbar, auf jeden Fall. Tobias Moosmann, Patreon-Supporter, viele liebe Grüße und vielen lieben Dank. Der hat uns gefragt, hättet ihr die Position von Brodie Lee und Matt Hardy bei AEW vertauscht? Also Matt als Exalted One und Brodie Lee als Unterstützer. Das ist ja was, was ich oft in letzter Zeit gelesen habe. Ich bin der Meinung, so wie man es gemacht hat, war es gut. Umgesetzt war es auf jeden Fall gut. Mit Hardy als Exalted One wäre es einfach zu einfach gewesen. Und ich denke einfach, mit Hardy kriegst du auch Asyl nicht um wahr. Ja. Er ist eher der Gegenpart zur Dark Order. Das hat auch Alex Bons in den AEW-Reviews immer gesagt. Genau. Und Luke Harper, ja, der ist jetzt nicht so, sagen wir mal, ja, aber, ja, ich meine, Talos ist auch eigentlich der hohe Bösewicht gewesen. Er hatte uns alle seine Schützlinge und so, die waren so ein bisschen die Kleinen um sich herum. So ist es auch eigentlich eher so, dass so der Anführer eher der Mastermind ist und nicht unbedingt das Monster der Gruppierung. Hier ist es mal ein bisschen andersherum, aber ich finde das gut. Ich fand auch die Promo gut und der hat eine gute Rolle und ich glaube, viele werden überrascht sein, was Luke Harper eigentlich wirklich kann, die ihn vielleicht noch nicht so kennen von vor seiner WWE-Zeit, wo auch bei WWE hat er schon gezeigt, dass er ein richtig guter ist, aber bei AEW kann er halt wirklich das ausspülen, was er kann und das ist großartige Matches gegen viel kleinere Wurstler zeigen. Wenn er es nicht verlernt hat in den letzten Jahren, dann werden da einige noch staunen, was der Mann eigentlich wirklich alles kann. Luke Harper gegen Darby Allen, einer meiner Paarungen, die ich sehr gerne sehen würde, zeitnah irgendwie. Big Mac Steve guckt Vince McMahon selbst die Konkurrenzshows und schaut sich Ideen ab oder machen das explizit Angestellte oder die Produktionscrew. Vielleicht zur Einordnung, also ich weiß nicht, ob sich das groß geändert hat, aber für eine sehr, 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 sehr lange Zeit hat Vince McMahon nicht mal NXT verfolgt. Ich glaube, macht er immer noch nicht, zumindest nicht regelmäßig. Ja, also da jetzt anzunehmen, dass Vince McMahon oder irgendwie AEW, Ring of Honor, vielleicht weiß er gerade, was es heißt, aber anschauen, da wird er den Teufel tun. Aber er ist auch ein vielbeschäftigter Mann, muss man ja fairerweise sagen. Ja, das ist richtig. Nee, macht er nicht, glaube ich nicht. Also habe ich noch nicht gehört, dass er das tut. Wird es Leute geben, sind ja auch viele, die dort arbeiten, sind ja halt nun mal Wrestling-Fans oder sind untereinander vernetzt. Ich glaube, auch Triple H ist jetzt am ehesten einer der prominenten Namen, bei dem man sich eigentlich sicher sein kann. Und gerade, wenn du dir anschaust, wie sich das NXT-Produkt parallel zu AEW entwickelt hat, da wird man ganz bestimmt geschaut haben, was da andere machen. Natürlich. Also zumindest das, was gebuckt wird und so weiter. Jetzt vielleicht nicht unbedingt jede Show, aber natürlich gucken die aufeinander. Das ist ja eigentlich schon, weil das halt, das Wrestling-Business ist ja jetzt auch nicht so, das kann man jetzt nicht vergleichen, keine Ahnung, mit in der großen Wirtschaft und so weiter. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen enger, ein bisschen verflochtener. Das heißt, die Leute, die dort bei AEW die Macher sind, die sind befreundet. Billy Gunn, Ken Triple H und so weiter. Ja, ganz genau. Die kennen sich alle untereinander und stellenweise sind sie befreundet und lange befreundet. Also ich glaube, das sieht man auch immer auf Instagram. Ich glaube, wer war denn das? War das Bailey oder so, die eine Story auf Instagram gepostet hat und im Hintergrund lief AEW. Aber ist ja nicht schlimm. Sollen sie ja. Können sie ja gucken. Ja, folgt zeitgleich zu. NXT ist halt ein bisschen blöd. Aber gut. Sieht in der Außendarstellung doof aus, aber jetzt grundsätzlich, also als WWE-Rester, ich glaube viele, das haben ja auch, Kenny Omega hat das auch ganz oft im Podcast gesagt, so er will NXT schauen, er schaut auch rein, weil es einfach ein super TV-Produkt ist. Und warum denn nicht? Also wir müssen ja nicht immer so eine Konkurrenzsituation herbeireden, die natürlich existiert, die auch von beiden irgendwie so ein bisschen selbst ausgemacht ist. Aber jetzt gerade so als Fan, finde ich, sollte man halt wirklich ab und zu wirklich auch mal auf die Bremse treten und einfach auch appreciaten, wenn es gutes Wrestling gibt. Ich fände es eigentlich auch viel geiler, wenn die nicht gegeneinander laufen würden. Absolut. Weil die alle beide mehr Zuschauer verdient hätten. Und die nehmen sich halt gegenseitig weg. Also das finde ich eigentlich eher schade. Aber gut, was wirst du machen. Marius Leser, was haltet ihr vom Argument, dass manche AEW nicht mögen, weil sie ja nur die schlechten Wrestler der WWE nutzen? Klammer auf TNA 2.0, Klammer zu. Möchte ich mir dagegen verantworten. Wer sind denn die schlechten Wrestler, die AEW nutzt von WWE? Brodie Lee, haben wir gerade gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass er uns in den nächsten Wochen beweisen wird, Ich mache ja bei sowas niemanden Vorteil. Wer nur die Leute aus den WWE-Shows kann, mache ich keinen Vorteil. Aber ich bin ja jetzt auch schon zauber ein paar Jahre länger irgendwie ein bisschen über den Tellerrand als nur WWE. Und da kann man sagen, AEW hat niemanden verpflichtet, der schlecht ist. Am ehesten, der vielleicht noch auf diese Rolle zutrifft. Und schlecht ist ein ganz unfairer Begriff. Aber wo man sagen könnte, die haben jetzt nicht unbedingt in den Shows einen Mehrwert für AEW, sind Sean Spears und Dustin Rhodes. Ja. Ja, wobei Dustin Rhodes würde ich dir sogar widersprechen. Weil ich finde, was der frühere Goalters bei AEW macht, der hat da... Der bringt gute Leistung, ja. Genau. Und auch die Matches, die er noch raus hat, also ich finde ihn halt 20 Mal spannender als Goalters. Und insofern, da hat er irgendwie den Mehrwert. Und ich glaube, da ist er auch gerade als Coach und generell mit der Erfahrung, die er mitbringt. Genau, und das trifft auch, glaube ich, auch auf Sean Spears zu. Denn ich glaube, der ist ein guter Freund von Cody und ich glaube, der wird hinter den Kulissen auch schon, sei es, ich weiß nicht, in welcher Rolle auch immer, auch ein bisschen was machen. Und das ist eigentlich der Grund, warum die dort angestellt sind. Nicht genau wie Cutie Marshall. Wer Cutie Marshall irgendwie von Ring of Honor kennt, Alter, ich bin vom Glauben abgefangen. Das war so eine Kraupe bei Ring of Honor. Also der konnte dort gar nichts und der liefert bei AEW richtig ab. Jetzt mal als Beispiel. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht, also ich bin auch kein Freund davon, dass man jetzt einfach nur zur Reste-Rampe wird. Aber zur Reste-Rampe wird man eigentlich nicht. Weil die Leute, die man jetzt geholt hat, die haben einen Mehrwert. Und ich finde, das ist das Wichtigste. Matt Hardy nicht im Ring, aber vom Charakter, von der Kreativität, von den Videos, die natürlich auch super irgendwie ins AEW-Being-Delete-Universum passen. Im Kosmos passen, ja. Ja, ist eine großartige Verstärkung. Luke Harper war, wie gesagt, ein großartiger Wrestler, der großartig abgeliefert hat oder abliefern kann, gerade mit kleineren Wrestlern. Also dieses Big-Guy-Little-Guy-Matches, ist der absolut großartig. Da darf man nicht nur diesen White-Family-Bride sehen, sondern der macht das schon ein bisschen länger. Wem hat man denn noch? Jetzt ist am Montag, ist der Vertrag von The Revival ausgelaufen. Auch da kann man jetzt sehen, eines der besten Take-Teams der Welt. Inwiefern sind die keine Verstärkung für AEW? Also ich verstehe es halt nicht so richtig. Diese ganzen Leute, es gibt Leute, die sind eine Verstärkung, kannst du aufzählen, Chad Gable, Ricochet, keine Ahnung, Cedric Alexander, die wären alle eine Verstärkung, wenn die weggehen und sich irgendjemand anders legen. Kevin Owens, ich meine, das ist Kevin Owens, schlechtes Beispiel, weil der ja eigentlich immer ganz gut gepusht wird, aber das wären alles Verstärkung und dann gibt es Leute, die wären keine Verstärkung. Hätten die jetzt der Essential geholt, da hätte ich gesagt, okay, Touche, das klingt ein bisschen nach Resterampe jetzt. Das ist richtig, aber die haben sie ja nicht geholt. Oder würden sie Mojo Rawley holen, wenn der geht, statt Chad Gable? Dann würde ich mitgehen. Die haben jetzt nicht direkt einen Mehrwert, aber die haben sie ja nicht geholt. Also von daher sehe ich einfach hier den Punkt nicht. Auch beim Legendeneinsatz ist man ja wirklich eigentlich eher so bedacht, also es ist jetzt nicht so, dass da Hulk Hogan, Ric Flair und Sting jetzt bei AEW im Ring stehen und den World Title unter sich ausmachen, sondern es ist ja schon so, wem man jetzt an Legenden da so drin hat, zum Beispiel Jake Roberts, die sind ja eher wirklich so, als die, die in der Hinterhand so die Fäden ziehen und irgendwie am Ende des Tages jemanden overbringen sollen. Das ist halt so dieser entscheidende Unterschied, den es halt gibt zu WWE, weil da zum Beispiel auch ab und zu das Argument kam von wegen, ja, bei AEW war er mit Chris Jericho ein alter Mann World Champion, aber wenn Goldberg als alter Mann World Champion, allein das zu vergleichen, ist halt ein bisschen ... Chris Jericho war für viele und auch für mich eigentlich der Wrestler des Jahres 2019. Same. Also, ich weiß nicht. Also, ja, der ist natürlich älter, aber es ist ja nicht, alt ist nicht gleich alt. Also, das ist, man muss es halt sehen, wenn du immer noch einen absoluten Mehrwert hast und die Shows besser machst, jede Woche, und nicht nur einmal alle drei Monate für einen Pop kommst, dann ist das doch irgendwie was ganz anderes. Ich verstehe auch nicht diese Diskussion, Reste, Rampe und so weiter und so fort. Was heißt denn das? Ist WWE die Rest, oder NXT die Reste Rampe der Indies und von ROH? Also, du kannst doch nicht WWE, die im Grunde jetzt alles wirklich unter Vertrag nehmen und dann fällt halt mal jemand runter, ob es irgendjemandem geht, jemand mal, weil er unzufrieden ist, kannst du doch nicht sagen, das ist Reste Rampe. Die Hälfte der Leute, die Hälfte stimmt ja gar nicht. 75 bis 80 Prozent waren vorher schon irgendwo anders unter Vertrag, oder sind anderswo groß geworden. Die waren halt nun mal bei WWE. Übrigens auch Matt Hardy und Chris Jericho, na, Matt Hardy nicht, aber Chris Jericho auf jeden Fall. Matt Hardy, naja, gut, die hatten vorher Omega, aber das kannst du eigentlich nicht so wirklich zählen. Aber Chris Jericho und Dustin Rhodes sind eigentlich keine WWE-Guys. Und Jon Moxley ist auch kein WWE-Guy. Die haben das vorher schon gemacht. Können wir Alex mal fragen. Der wurde von Moxley in Mausefallen geworfen. So, da haben wir doch mal einen schönen Bogen gefunden. So sieht's nämlich aus. Absolut. Wir schließen mit einer Frage noch von unserem Patreon-Supporter Bela, mit dem, wir machen jetzt nochmal einen kompletten thematischen 180. David Starr, um den geht's. Die kurze Frage, David Starr gegen WWE, offene Kritik ist gleich Kündigung? Fragezeichen. David Starr ist jetzt jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, das wissen wir, hat ja definitiv nicht nur Freunde im Business. Wenn man so ein bisschen nachhört, ist das vielleicht manchmal sogar echt das Gegenteil der Fall. Kannst du uns da so ein bisschen vielleicht gerade noch mitnehmen, was vielleicht da jetzt vorgefallen ist? David Starr gegen WWE, was verbirgt sich hinter dieser Formulierung? David Starr gegen WWE. Also David Starr ist in den letzten Jahren, das ist ein bisschen den Namen gemacht, als dass er jemand, ein Vertreter oder Verfechter der Independent-Szene ist, also wirklich ein stolzer Independent-Worker ist, der nirgendwo einen Vertrag unterschreiben will und der auch im Grunde andere Promotions kritisiert hat. Er hat Ring of Honor, Mutterkonzern, die Sinclair-Brockers. Sinclair kritisiert und da wurde auch ein Match in seiner Heimat Israel oder Heimat seiner Ahnung, wenn man so möchte, er ist Jude, gecancelt gegen Jay Liefel wegen dieser Kritikschinze. Es war es dann, ich glaube nicht, um den ROH-Teil, weil er es kritisiert hat. Er hat WWE schon oft kritisiert dafür, dass die Wrestler, was absoluter Irrsinn eigentlich wirklich auch ist, als Independent-Contactors geführt werden. Die sind keine Angestellten. Die sind keine Angestellten, ihnen wird aber im Grunde alles verboten, sie haben keinen eigenen Willen, was das angeht und sie haben Knebelverträge. Das hat er kritisiert, hat Gabe Sabolsky dafür kritisiert, dass der Leute einsetzt, die er im Grunde nicht bezahlt. Also der ist halt auf dieser Schiene, dass er sich gegen diese, ja die Übermächtigen und die Großen stellt und Missstände anbrangert. Und für mein Dafürhalten ist es manchmal schon, er hat eine gute Intention, aber es war auch immer manchmal ein bisschen, wo man schon manchmal ein bisschen dachte, jetzt geht es mal ein bisschen zu weit, übertreib es nicht, nicht überall immer so an die große Glocke hängen, dass es eben halt schon eher so ein bisschen zum Gimmick wurde, weißt du, wo ich sagte, da fehlt mir halt dann die ernsthafte Intention, wenn es eigentlich fast nur noch ein Gimmick ist und dazu benutzt wird, um Bookings zu bekommen. Aber Fakt ist, er setzt sich für solche Sachen ein, kämpft auch in England, in seiner Wahlheimat England mittlerweile dafür, dass dort, ja wie eine Wrestler-Gewerkschaft ist, besonders die Wrestler sich einer Künstler-Gewerkschaft anschließen. Da gibt es auch tatsächlich schon ein paar Promotionen, die das tun. Eve, Pro Wrestling Eve, das ist eine All-Women-Promotion, hat das getan, sich mit einer Gewerkschaft zusammengetan und die Wrestler, die dort auftreten, sind versichert. So etwas gibt es im Grunde ansonsten nicht. Dafür setzt sich David Star ein. Letztes Jahr auch bekannt geworden, dass er nach einem Match gegen Walter, eine ganz bekannte Match-Serie gegen Walter in Europa bei WXW, OTT und so weiter, ist er auf den UK-Title von Walter getreten nach dem Match und das war wohl nicht abgesprochen. Ich glaube, das wird nicht das größte Problem von WWE gewesen sein, sondern eben halt wirklich die Intention und er hat wohl letztes Monat oder so sogar vom engen britischen, oder vorletzten Monat, Januar oder so, im britischen Parlament gesprochen eben halt über das Thema Gewerkschaft. Und das ist das Allerletzte, was WWE will. Das ist ohnehin so eine Sache, die immer wieder alle paar Jahre mal aufkommt, die auch schön viele versucht haben, aber noch nie hat es jemand wirklich durchgezogen, weil eben halt auch niemand in der Lage ist, wirklich gegen WWE zu klagen, weil die Kohle niemand hat. In den USA ist es nun mal so, das Rechtssystem besteht aus einem gewissen Grund, wenn du dir jetzt nicht direkt, also nicht ein Mord und so weiter jetzt nicht, Verschwörungstheorien kannst du dich rauskaufen und sowas, das ist aber nicht gemeint. Ein bisschen Sinn hängt doch noch drüber. Genau. Es geht einfach nur darum, wenn du gewisse Leute anzeigst oder verklagst auf bestimmte Dinge, die nicht ganz so deutlich sind, dann zieht sich das. Das kann sich über Jahre ziehen und dann gehst du in Revision und so weiter und dann brauchst du gute Anwälte und das kostet Millionen und Abermillionen. Das kann WWE aussitzen. CM Punk ist ein gutes Beispiel. Er hat 1,5 Millionen bezahlt, hat er Minus gemacht, aber ich glaube zumindest über 1 Million, obwohl er Recht hatte. Das musste WWE nicht bezahlen. Er hat für seinen An, er hat Recht bekommen und dass er Recht bekommen hat, weil WWE im Grunde, oder WWE war es ja nicht, aber der Arzt da, der auch von WWE unterstützt wurde, ihn im Grunde, er angezeigt hat, er hat es nicht gesagt, sondern auch vor Gericht gezerrt hat und das Gericht entschieden hat, dass es unrechtmäßig war, ist CM Punk mit einer Million Mies da draus gegangen. Das kann man sich bei uns nicht vorstellen und genauso läuft das aber. So heißt, du kannst als Wrestling nicht gegen WWE einfach sagen und klagen hier, das ist ein Knebelvertrag, wir sind feste Angestellte, das heißt, mir steht dann vielleicht eine Krankenversicherung zu und alles, was da mitkommt oder ich bin ein Independent Contractor und dann kann ich mir aussuchen, ob ich irgendjemandem ein Interview gebe, ob ich bei einer anderen Wrestling Show auftrete, also dann kann ich eben, dann habe ich Freiheiten. UFC macht es ähnlich, aber UFC ist noch nicht ganz so strikt wie WWE. Bei UFC ist es so, du darfst in der Woche, also in der Fight Week, also in der Woche davor, darfst du keine unangekündigten Interviews geben, darfst du nicht mit eigener Werbung rumlaufen, also da ist es immer noch ein bisschen gemäßigt, aber auch da darfst du nicht für andere Promotions irgendwie kämpfen, wobei dann hast du, dort unterschreibst du zumindest Verträge, die über eine gewisse Anzahl von Kämpfen gehen. Bei WWE geht es ja so weit, dass ich nicht mal kündigen kann. Ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt nicht mehr für WWE antreten, dann frieren die meinen Vertrag ein und erteilen mir ein Berufsverbot. Das ist in Deutschland theoretisch undenkbar. USA geht das. Und dagegen kämpft David Starr und es heißt, dass WWE sich eben halt jetzt dafür eingesetzt hat, dass er bei den Partner Promotions von WWE, Progress in England und WXW in Deutschland nicht mehr auftreten darf, dass WWE das durchgedrückt hat, eben deswegen. Und für beide Promotions war David Starr eben durchaus eigentlich einer der letzten großen Main-Eventer, der eigentlich nicht in direkter Zusammenhalt mit WWE steht. Gut, Cara Noir könnte man jetzt noch sehen, weil Carat Gold Gewinner und Progress Champion. Aber es gibt halt nicht so viele, die noch wirklich independent sind in Europa und nicht irgendwie schon mit NXT UK verbandelt sind oder so. Oder mit New Japan, im Fall von Will Ospreay zum Beispiel. Ja, und jetzt müssen sie auf den verzichten, weil WWE das so möchte. Ich mag ja eigentlich dieser Tage wirklich lange Podcasts und deswegen hoffe ich, dass diese Hauptkampf-Ausgabe euch mit diesen knapp 90 Minuten irgendwie den Tag versüßen konnte in der Quarantäne oder einfach nur in der Selbstisolation zu Hause. Bleibt zu Hause, wir versuchen unseren Beitrag zu leisten. Wenn ihr denkt, boah, ich will noch mehr hören, dann könnt ihr gerne mal auf Patreon vorbeischauen. Chris und der Edeljobber, der Björn, haben dort unter anderem gesprochen über die Chris Benoit-Doku, die ja jetzt gerade bei Vice rauskommt, die ich auch nur empfehlen kann und über ganz viele andere tolle Geschichten und insofern Patreon, die Anlaufstelle, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich hätte gerne noch irgendwie doch noch ein paar Podcasts, da könnt ihr mal rübergucken, über 600 Stück gibt es da, völlig verrückt. Aber für heute würde ich sagen, für Hauptkampf soll es das erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank an dich. Wir haben dann jetzt quasi wieder ein Date, bei den nächsten Quartalszahlen, das habe ich mir so markiert. Haben wir, ja, also ich danke mich auch, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und natürlich dann im Juni oder Juli, dann sehen wir oder hören wir uns wieder. Spätestens. Spätestens. Wenn es betrifft Dynamite Review am Donnerstag, da hört ihr mich dann wieder mit dem Alex. NXT sollte diese Woche dann eigentlich auch kommen, wenn denn eine Wrestling-TV-Show produziert wird, aber davon ist auszugehen. und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund, genießt Wrestling und ich gebe dir trotzdem das Mikrofon für die Schlussworte, sage, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss. Ja, jetzt bin ich wieder überrumpelt. Ja, passt auf euch auf und auf eure Mitmenschen, bleibt gesund, genießt trotzdem WrestleMania und die Shows, die dann noch kommen, soweit es geht und ja, bis bald. Ciao. Musik